Willkommen, meine Lieben, zum ersten, und bleib doch mal oben, du Arm, hier, zum ersten Halloween-Stream. Ein Stream ist es ja nicht, es ist ein Spieleabend, ne, aber willkommen zum ersten Halloween-Spieleabend im März 2018. Ein Jahr ist es her, dass ich mich an Gruselkram gewagt habe. Jetzt fangen wir doch mal an direkt mit Divulgery. Ich hätte ja gestern schon angefangen, ne, auf dem Freitag. Ich kam da einfach nicht zu. Ich kam da einfach nicht zu, was aufzunehmen. Also, was ist das denn, bitteschön, für ein Play? Netter Ton. Easy, normal, hard, timed, mortality, lights out, hunted, old mansion, sever, limits, enigma. Wie, bitteschön, mach doch noch ein paar mehr Game-Modes. Easier to see the ghost. Ja, das freut mich ja schon, dass es überhaupt einen Ghost gibt. Defeat the ghost. Oder Teuflichkeit. Die Villery, die Teufeligkeit. Naja, ich bin ja sehr gespannt. Was ist das für ein Geräusch? Ach, Tap im Sinne von Wasserhahn. Was ich hier immer sehe? Leck mich spielen. Es ist so dunkel. Warte mal, ihr habt da irgendwie immer noch das Startbild. Kann das sein? Ich hab das die ganze Zeit noch gar nicht gesehen. Er nimmt hier gar nicht richtig auf. Ne, dann quitt ich, ja. Er nimmt hier gar nicht richtig auf. Willkommen im nächsten Spiel. Ja, wie ihr es eben mitbekommen habt, der hat irgendwie gar nicht richtig aufgezeichnet. Das muss ich, da schneide ich einige Teile einfach raus. Weil das bringt ja nichts, wenn ihr nichts seht von dem Spiel, was ich spiele. Jetzt seht ihr es aber. Jetzt seh ich, ich hab gar nicht nach rechts rüber geguckt. Der hat gar nicht aufgezeichnet. Das Spiel war halt auch dauernd so dunkel, dass ich nahezu nichts gesehen habe. Das geht gar nicht. Also, de Vilry schön und gut, aber, äh, wie gesagt, grafisch war es okay, aushaltbar. Aber wenn ich nichts sehe, weil da dauernd irgendwie das Bild noch dunkler wird, wo man eh schon kaum was sieht und es wird noch dunkler und dann, ja. Sind wir beim nächsten Spiel. Through the Woods. Also durch die, äh, Wälder hindurch. Settings. Volume, Brightness. Immer direkt ein bisschen höher, damit ich auch was sehen kann. Und ihr vor allem auch. Bringt ja nichts, weil wenn ich aufnehme, ist es meistens noch ein bisschen dunkler als eh schon. Äh, das geht dann ja gar nicht. Ne? Also wenn ich schon wenig sehe und ihr dann noch weniger. Speech, Englisch oder Norwegisch? Machen wir mal Englisch. Subtitle. Für alle, die das nicht so mögen, können wir ja mal auf Deutsch machen. Grafik. Sehr hoch. Shadow, Detail, Gedöns. Machen wir alles richtig gut. Fenstermodus, Reflections. Machen wir alles an. Genau. Okay, Enter. Oder zurück. Fortfahren. Na, dann wollen wir doch mal gucken, was durch die Wälder hier so ist. Was ist das hier für ein bisschen, es geht um Gruselkram und durch die Wälder. Und der Ladescreen ist irgendwie so ein, so ein technischer, sich drehender Kreis. In einem Science-Fiction-Spiel würde ich sagen, ist in Ordnung. Aber in einem Gruselspiel, so einen sich drehenden Kreis zu haben, das ist wahrscheinlich irgendeine Default-Lade-Gedönsigkeit, die einfach nicht wieder geändert wurde, nachdem man das einmal implementiert hatte. In dem Programm, mit welchem dieses Spiel gemacht wurde, offenbar. Ja, ähm, Through the Woods ist irgendwas Nordisches hier offenbar. Festlandet. Heißt die Ecke hier festlandet? Sieht auf jeden Fall hübsch aus, ne? Kann man nichts anderes sagen. Und endlich seht ihr auch was. Er zeichnet auf. Yeah. Ich verstehe gar nicht, wie Spiele programmiert sein können oder was dazu führen kann in Spielen, die programmiert sind, dass es einfach nicht aufgezeichnet wird, wenn ich spiele. Verrückt. Also, dass ihr die ganze Zeit nur das Menü seht. Also, gruselig waren, waren Devil Weary vor allem die Grafik, teilweise, die Glitches. Ansonsten waren nur die Sound-Effekte ein bisschen gruselig. So, hier ist offenbar eine Mutti mit Wanderrucksack. Und einem Sohn. Und die sind hier, was machen die hier? Steuere ich jetzt das Kindchen? Offenbar, ne? Hm. Das Kindchen hat irgendwie so ein, für ein Kind relativ altes Gesicht, oder bilde ich mir das ein? Mein Gott, ist das Kind langsam. Also, die Mutti hat gesagt, ich soll nicht auf den Steg gehen. Dann gehe ich doch als erstes mal auf den Steg. Hm. Weil er alt ist. Lenkt sich tatsächlich sehr realistisch, muss ich sagen. Und was ich auch immer nett finde, ist, dass wenn ich gehe und ich höre auf, dann steht der Charakter nicht sofort, sondern er läuft aus. Er bleibt stehen. Aber nicht so, er bleibt quasi direkt auf der Stelle hängen, wo ich aufhöre, ein Gehen zu drücken. Das finde ich sehr realistisch. Das mag ich. Sieht, wie gesagt, grafisch auch ganz nett aus, muss ich sagen. So, hier soll man nicht drauf gehen. So, jetzt sind wir drüber gegangen. Jetzt bin ich schon mal glücklich. Ähm. Was machen die denn hier? Was macht eine Mutter mit ihrem Sohn hier mitten im Wald? Äh. Bei irgendeiner komischen Hütte. Können wir spielen hier? Kann ich mich hier reinsetzen? Springen kann ich auch nicht. Kann ich hier hochklettern? Irgendwie? Nee, ne? Wobei, doch warte. Kann ich hier irgendwie hoch... Nee. Ich muss hier doch irgendwo rauf können. Habe ich irgendwo eine Landkarte? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Na, das lasse ich hier mal lieber. Sonst stürzt der Kleine gleich ab. Ich muss da oben irgendwie drauf kommen. Aber wie komme ich denn da drauf? Ich kann ja auch nicht springen. Das ist ja das Schlimme. Haben wir hier hinten irgendwie einen Zugang? Ja. Sehr gut. Äh. Ein Baumhaus. Sieht sicher aus. Hoffe ich. Geh mal rein hier. Äh. Was ist das hier? Abholen? Wie abholen? Ein toter Vogel oder was? Texte eh. Tote Elster. Äh. Äh. Askeladden und die Prinzessin. Brüder. Ich fand. Ich fand. Eine tote Elster. Was? Äh. Die Texte. Äh. 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 Da oben ist ein... Muskelmann. Fußball. I used to like coming to the cabin battler. Äh. 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 When mom wasn't so lame. Ah ja. Also sie sind so zur Hütte im Wald gedüst. Äh. Besser. When mom wasn't so lame, she works all the time and sleeps all day. Das ist ja vielleicht krank, die Mutter, dass sie den ganzen Tag nur auf der faulen Haut liegt. When I talk, äh, she's only half listening. Don't know what's up with her. Dust wanna go home. Ach, das soll ein J sein, ne? Nicht Staub, sondern... Äh, ja. Just halt. Einfach. Äh. I miss dad. Is dad dead? Also dad dead? Versteht ihr so? Dad is dead. Haha. Nein. Äh. Hm. Ja, das hätte ich mir jetzt auch vor... Aber ich wollte das lesen, wie es da geschrieben steht. Es ist... Äh. Schläft den ganzen Tag. Wenn ich mit ihr rede, ist das, würde ich nicht richtig zuhören. Ich weiß nicht, was mit dir los ist. Ja. Äh. Äh. Handschrift. Wunderbar. Äh. Oder ich bin einfach schlecht im Dechiffrieren. Keine Ahnung. Was ist das hier? Ja, ein Polizeiauto. Irgendein Auto halt. Hm. Kann man hier runterspringen, ohne zu sterben? Jo. Kann man. Dann geh. Kindchen. Kann ich mit der Kamera raus- oder reinzoomen? Nö. Die ist auch fest über die Schulter arretiert. Okay. Kann ich hier am Auto rumfummeln? Kann ich wegfahren? Na los, Bub. Beweg dich mal ein bisschen schneller. Sonst trete ich dir aber einen Hintern. Ich bin das in Spielen immer gewohnt, dass alle Charaktere immer so mega rennen können. Hm. Eine Krähe. Weil ich das im Augenwinkel gerade richtig gesehen habe. So, hier haben wir die Holzhütte. Die Cabin. Cabin in the Woods ist auch ein Horrorfilm. Dann gucke ich mich hier noch ein bisschen um. Ja, was machen wir jetzt im Wald? Das hat sich auch noch nicht geklärt. Vielleicht finden wir das dann noch raus. Mal gucken. Ah, da ist der See. Also ist das Gebiet hier an der Stelle schon mal eingegrenzt. Indem wir uns bewegen können. Aber es ist doch kein Gruselspiel. Was ist bitte schon hier dran gruselig? Hä? Es ist hell. Es ist schön. Es ist... Ein See. Ja, ich wasche mir meine Hände im See. Sterbe ich, wenn ich ins Wasser falle? Soll ich mal probieren? Ah, ich kann gar nicht. Okay. Ich meine, in manchen Spielen stirbt man automatisch, wenn man ins Wasser fällt. Finde ich witzig, wie niedrig das Detail dahinten ist, ne? Kann ich nicht irgendwie Dauerrennen machen? Weil wer will denn nicht rennen? Bin ich mal gespannt, wie die Cabin von innen so aussieht. Wie kriegen die hier übrigens Strom für den Ofen? Oder ist das ein Gasofen? Aber ich frage mich, wie die hier Strom reinkriegen. Das Dach ist zugewachsen mit Grünkram. Ja. Ich habe hier keine Zugänge. Das muss ja dann irgendwie über den Boden, über den Fußboden hergeleitet werden. Reingehen. So, jetzt sitzen sie da drin. Also Strom haben sie ja auf jeden Fall. Wo kommt der hier her? Ich würde das immer verstehen können, wisst ihr? Ich brauche Realismus. Oh, oh. Timelapse. Es wird dunkel. Vor allen Dingen da drin bewegen sich die Leute normal. Also die machen hier den hier. machen normale Bewegungen und draußen verrennt die Zeit in Timelapse. Hey Mom, wake up. Pfff. Depend. We're going to sleep all day. Okay, I'm up. Sorry. Why do you have to stay up so late? You're always tired. I came here to work. You were supposed to be with your grandparents this weekend. Sorry. Just let me get some coffee. We'll go night fishing down by the lake or something. Boah, sieht die gruseliger aus, die Frau. Und warum höre ich sie auf dem linken Ohr, wenn ich sie im Bild aber rechts sehe? Wahrscheinlich, weil es von ihm ausliegend zwar, aber dann sollen sie die Kamera halt auch lassen. Was? Das ist das Klo? Mit dem Herz hier natürlich. Ja, schön ist das hier. So, Kind muss kacken. Öffnen. Hier, halt mal die Taschenlampe, Mutti. Lass sie mal in deiner Hand glitschen. Bleh. Bleh. Alles voller Fliegen. Gibt's wenigstens Klopapier. Das ist schon mal mehr als in unserer Schule. Jetzt lenke ich Mutti. Was willst du heute Nacht tun? Nö, ist mal kacken. Eine Schubkarre. Öff. Wer macht da doch gerade die heiße Schokolade? Bäh. Was für ein Zusammenhang hier. Öff. Und wie die fliegen hier. Öff. Ich. Bin stalking Mama. Oh, man sieht ihn sogar. Das Girl, wie soll das auch pissen, wenn's da angezogen. Also. Kann ich Effi Flashlight? Nö. Kann ich vielleicht zum Auto. Kann ich als Mutti zum Auto gehen? Es bin es doch kacken. Der zittert sicher gleich wie Espenlaub. Haha, wenn wir nicht da sind. Äh. Mal gucken. Ach, sieht doch eigentlich ganz hübsch aus hier, oder? Die Kamera, die ist manchmal ein bisschen merkwürdig. Das ist das sauberste Plumpsklo, das ich je gesehen habe. Der hat doch gelogen. Vor allen Dingen, was ist das denn hier? Klopapier mit dem Blatt nach innen gerichtet. Das Blatt gehört immer nach außen gerichtet. Ich verstehe das nicht, warum, Leute, dass wenn ich dann schnell reiße, dann hab ich gleich was in der Hand. Wenn ich aber andersrum das Klopapier anbringe, dann rollt es sich ab, wenn ich reiße. Und dann hab ich nicht zwei Blätter in der Hand. Was will ich denn mit zwei Blättern machen? Auf einen Finger aufspießen, reinstecken, einmal drehen und dann abwischen, oder wie? So wie bei Frauentausch. Ihr lacht, ihr lacht. Euch gerade. Das soll gruselig sein? Ähm, das hat bei Frauentausch echt mal jemand gesagt. Das heißt, ich soll den Arsch abwischen. Ich hoffe, das war ein Scherz. Also. Ach, komm. Das Kind ist sechs, acht. Naja, gut, schon ein bisschen älter, ne? Gut, man kann es auch spülen. Ja, dann komm her! Heiße Schokolade in der Pfanne? Ja, das haben viele Eltern das Problem. Also viele Mütter können ihr Kind nicht lieben, warum auch immer. Hm, nur weil die Frage ist, kann man eine Mutter dafür irgendwie schelten? Weil die kann ja auch nichts für, die sucht sich das ja nicht aus, ne? Und sie ist Architektin, wenn ich das da so sehe. Wie zeichnet die denn? Ja, jetzt ist sie tot. Wie sie da eben lag. Ja, tragisch, ein bisschen. Die liegt ja immer wie so eine Tote. Vielleicht, weil er gar nicht da ist. Vielleicht ist er draußen spielen. Bacon and Egg heißt das doch, oder? Das sag ich doch. Draußen spielen. Jetzt seh ich ehrlich mal, jetzt kann ich mir das Ding mal angucken. Wie lange hat die da gepennt? So lange ja offenbar nicht, sonst würde die Kerze nicht noch so brennen. Aber ich muss sagen, es ist voll schön hier, oder? Draußen so, 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 die, die nebeligen Wälder um sich rum. Da haben wir sie mit, mit Espen. Ne Couch, aber haben keinen Fernseher. Wie geht das denn? Oder wenigstens Macbook oder so. Da oben, Bücher. Was hat sie denn hier gezeichnet? Neues, vielleicht hat sie das Haus ja auch architektiert hier. Ein Gasofen. So wie das aussieht, dass da unten so Düsen sind, die dann so, ne? Aber da sind auch Holzgedünsigkeit scheiter daneben. Ich muss sagen, das gefällt mir hier. Was ist das hier? Hi Mom, you're always asleep when I wake up. It's really boring, going out to play. Malte da noch Kacke dazu. Äh, und einen bösen Smiley. Ist ja schon süß gemacht, ne? Ja, was weiß ich, warum die Mutti so viel pennt. Wahrscheinlich, weil sie deprimiert ist. Menschen, die viel schlafen, haben oft schlechte Laune. Was ist das? Ein Radio? Also, Empfang haben sie hier in den Wäldern. Und das war, wie, ich hab noch nie heiße Schokolade auf dem Herd gemacht. Was ist da? Milk Bread Cheese mit, mit, mit dreien. Verkehrt rum, dreien. Verschreibt ein E so. Salami Pizza Grandiosa Hot Chocolate. Das ist schon irgendwo ein süßes Spiel bisher. Muss ich sagen. Ich mag die Bewegungssteuerung. Aber die Charaktere, die sehen so gruselig aus, finde ich. Ich finde, die Charaktere haben... Wie so eine schockierte Puppe gucken die immer. Oder? Wollen wir mal ein bisschen beobachten? Ich weiß es nicht. Ich finde die Charaktere hier ein bisschen gruselig. Da unten ist noch mehr Feuerholz. Wollte ich denn hier überall Feuerholz? Ich dachte auf den ersten Blick, diese Körbe da unten wären auch Feuerholz. Eine Pizza. Wer liefert denn Pizza mitten in den Wald? Bitteschön. So, dann gucken wir hier hinten mal rein. Hier pennen die beiden. Ja, wie das so mit Kindern ist. Aber die teilen sich ihr Zimmer. Sollte man in dem Alter nicht irgendwie die Privatsphäre eines eigenen Zimmers besitzen? Ja, hier sind die Reflektoren. Ein Ritter. Noch wieder ein Radio. Und gedöhnt. Leuchtender Globus. Wo haben die den ganzen Strom her? Haben die ja kein Badezimmer, wo sie sich duschen können? Igittigittigitt. Also die haben draußen ein Klo zum Kacken. Und das war's? Schönes Bild. Und ansonsten finde ich das hier ganz hübsch. Die haben ja echt kein Badezimmer. Wie waschen die sich? Espen Laub? Wo zitterst du? Passt doch. Spielen, wie Kinder so sind. Als ich noch Kind war, habe ich auch gespielt, bis ich die Hände nicht mehr gespürt habe. Oh, die Welt ist gruselig, Kind. Bleib drin, in dem Haus ohne Badezimmer. Lass uns gemeinsam rumstinken. Da drüben steht auch jemand bei dem Kind. Ja, renn doch mal! Also, du kannst ihm erzählen, was du willst, aber... Da kann man noch springen. Man hätte noch springen können, wenn sie ein bisschen... Oh. Bei den Temperaturen. Mutige Mutti. Oder soll Espen vielleicht Asbjörn heißen? Weil das kommt ja aus Norwegen, das Spiel. Vielleicht ja Asbjörn. Hm. Through the Woods. Ich glaube, es ist sehr ungesund, in diesem Wasser zu schwimmen. Weil man müsste ja eigentlich sofort raus aus dem Klamotten, damit man nicht herumverdunstet. Und das wäre dann ja auch eher... Shocking News. Nicht Breaking News. Ich muss sagen, bisher gefällt mir das Spiel. Also, bis auf die gruseligen Charaktermodelle fand ich das bisher eigentlich ganz nett. Vor allem, weil es noch nicht so gruselig war. Deverry eben war ja auch nur begrenzt gruselig. Es war halt einfach nur dunkel und er konnte es nicht aufnehmen. Also, leckste mir morsch, ne? So. Schwimm mal weiter hier. Mutti. Wo kommt man da hin? Ah, da ist unser norwegisches Wikinger-Bötchen hier. Unser Drachenboot. Mhm. Haben sie an Animationen sparen wollen. Und haben deswegen keine Animationsform aus dem Wasser steigen. Aber ein Handy hat sie, das jetzt noch funktioniert. Na gut, die neuen Dinger, die haben ja alle wasserdicht und so. Aber das ist offenbar nicht, sonst wäre es nicht gerade ausgegangen. Da war auch jemand zu faul, zu programmieren, dass das Boot Wasser verdrängt. Deswegen haben wir da unten eine Lare drin stehen. Auch sehr schön. Sagt sich immer so einfach, wenn man selber noch nicht 3D programmiert hat, ne? Kann immer so leicht lästern. So, da hat offenbar jemand schon vor längerer Zeit Fische gegessen. Ja, Musik ist ja mal gut hier. Zwingen wir keine Spannungen auf, wo ich gar keine empfinde. Beziehungsweise begrenzt. So, huschen wir hier mal weiter. Wo gehe ich denn jetzt lang? Hier in das Dunkle oder gehen wir mal zur Brücke, ne? Ich hätte ja gerne eine Karte. Aber Mit wem ist Espen denn da bitte schön mitgegangen? Das Kind ist ja auch ein bisschen Selten dämlich, dass es da einfach mitgeht. Oder? Ich weiß nicht. Aha. Eine Pforte. Runen. Nimmerem Septim Pfimri If A Das ist Das ist nicht I in der zweiten Zeit am Anfang. Das ist, glaube ich, A A Aami Miss Mist Mimi Es ergibt keinen Sinn. Brr Also Krischmi Nö, also Es ergibt keinen Sinn, was da steht. Aber ich bin jetzt auch ein bisschen raus, was Runen angeht. Muss ich mal wieder anfangen zu lernen. Aber das sind einfach nur irgendwelche, glaube ich, so. Oder es sind andere Runen. Ich habe nur Futark mal gelernt. Aber es gibt ja verschiedene Runensysteme, wie sie gelesen werden können. Äh Wo geht es denn hier lang? Eine Burg. Eine Miniburg. Aus Holz. Wer wohnt denn hier? Hier ist alles leer. Hier ist nie jemand. Hallo? Jetzt ist Espen auch noch weg. Madam, nehme Sie doch bitte diesen Haken da. Bewaffne Sie sich doch. Also ich würde doch wohl als allererstes diesen Haken da nehmen. Mir die Kette ums Handgelenk winden, dass ich zur Not eine Waffe habe, wenn ich hier meinen entführten Sohn retten soll. Guck mal, wie viele Haken hier sind. Nimm dir doch mal einen. Du Hungerhaken. Öffne Tür. Schrei doch noch lauter. Kündige dich an. Das ist eine gute Idee. Hm. Was ist das da unten? Steine? Sehr altertümlich hier. Ja, gut. Hm. Hm. Können wir hier rein in den Turm? Hm. Nicht wirklich. Gucken wir hier rein. Man bringt nichts, ne? Da ist ja nichts. Das ist alles so Wikingermäßig hier gemacht, ne? Hm. Und alles kaputt? Öffne Tür. Nimm nur das Schwertmähle. Das ist veralt und rostig, aber besser als nix. Aber nein. Auch in Spielen, wie im echten Leben, denke ich so oft, ist halt das Problem, ich habe ein Hirn. Und die meisten Leute nicht. Oder ich nutze es zumindest. Ich dachte eben, ich hätte es da knirschen gehört. Hm. Auch immer wieder dasselbe hier, ne? Von innen. Das ist aber auch unglaublich. Ich meine, ich weiß, es ist kein Actionrollenspiel. Wir werden uns hier nicht durch Monster schnetzen, aber sie können wohl ein Schwert zur Verteidigung mitnehmen. Das geht doch auch in einem Adventure. Hm. Das hier sieht noch relativ heile aus. Hier brennt auf jeden Fall nur eine Kerze. Also ist das hier noch nicht lange verlassen. Auch wenn ich mich frage, warum hier auf allen Betten irgendwie nur das Rost ist. Was haben wir denn hier? Alten Erik, Geschichten der Dorfbewohner. Der alte Bastard ist gestern an das Dorf gekommen. Feige Hurensohne hat Raiders Jungen mitgenommen. Der Bastard. Niemand hat ihn kommen sehen. Obwohl wir seit Wochen Wachen aufstehen. Der Junge hat keinen Mucks von sich gegeben, das arme Ding. Wir alle haben große Lust, endlich da hochzugehen, um ganz an der Ende zu setzen. Aber da sind doch die Tore. Verfluchten Tore öffnen sich nicht für unser Eins. Alles, was wir tun können, ist abzuwarten, zu hoffen, dass Raiders Junge der Letzte war. Die Verderbnis dieses Mannes. Sein Herz, wenn er denn eins hat, muss so verwest sein, wie ein ewig totes Schwein. Und unsere Götter tun nichts. Verflucht seien sie alle. Das ganze faule, äh, faulige Pack und verflucht sei der modernde Bastard. Erik. Mhm. Klingt ja nicht nett. Erik? Ja, Erik ist jetzt auch nicht unbedingt ein ungewöhnlicher Name hier für die Ecke. Der alte Erik. Ich habe mir nicht sogar gedacht, dass die Person in der Journal der gleiche Mann aus den Folk-Tales sein könnte. Aber später, später war ich nicht so sicher. Mhm. Also das ist auf jeden Fall länger nicht mehr bewohnt hier alles. Und ein Schild ist an der Wand und sie rüstet sich weiterhin nicht aus. Hier ist ein bisschen Nebel, da ist auch wieder ein Schwert auf dem Tisch. Dasselbe wahrscheinlich, also dasselbe Modell. Dieselbe Entity, aber ein anderes Objekt. Programmierer wissen, was ich meine. Äh. Ich kann es aber auch verraten. Entity ist im Programmieren quasi, äh, so eine Art Schablone für Objekte. Ihr habt quasi, das Schwert, das sieht auch immer gleich aus. Also es ist immer dieselbe Entity, aber jedes Mal, wenn es in der Welt generiert wird, ist es ein eigenes Objekt. Aus einer Schablone herausgedrückt, sage ich mal, aus einer solchen Entity. So funktionieren alle objektorientierten Sprachen. Äh. Hm. Hier ist so viel nichts, ne? Ich renne hier rum und ich erwarte belohnt zu werden fürs sich umschauen. Aber irgendwie werde ich nicht belohnt. Ich sehe nichts. Dann gucke ich mich mal ein bisschen weniger um. und versuche einfach mal den Weg zu folgen, den das Spiel mir hier gibt. Wenn hier eh nur leere Gebäude rumstehen, die alle gleich aussehen von innen. Was leuchtet denn hier? Was ist das? Ein Schneemannreflektor? Ja. Ist es offenbar. Schneemannreflektor. Ja. Ja, das passt hier nicht ganz rein, ne? Warum? Ja, das ist doch ganz einfach, warum es hier Reflektoren gibt. Genau. 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 Weil dann können wir ja das gleiche machen. Wir können ja mit der Taschennappe rumwedeln und sehen vielleicht hin und wieder einen leuchtenden Punkt und können uns daran orientieren, dass wir das Kindchen wiederfinden. Das ist schon eine gute Idee, den das Kind da hatte. Mörkstad. Mörkstad. Nebliger, nebliges Gebiet. Läuft nicht, meine Lieben. Ich kann euch das nicht vernünftig übersetzen da. Mörkstad, ja, aber der Rest ist vielleicht auch gar nicht zu übersetzen. Ich weiß es nicht. Da muss ich mich nochmal, da muss ich meine Runen-App nochmal bemühen, ein bisschen mehr lernen. Es donnert. Wie sie hier hechelt. Wahrscheinlich, weil ich so viel rumjogge. Was hat die eigentlich in dem Rucksack drin, da hinten? Und es wird dunkel. Ich hoffe, die Taschenlampe hält ewig und ich hoffe, dass es sie dabei hat. Ich sehe nichts. Ein Reflektor. Kannst du hier nicht springen über die kurze Entfernung? Ja, natürlich. Hier runter? Wie praktisch. Sehr praktisch. Dass es hier sowieso eine Treppe runter geht. Kannst du mal eine Taschenlampe rausholen, Mädel? Ich sehe nichts. Hier sind wieder Runen an der Wand. Äh. Sammlung, Einstellung, was ist Sammlung? Notizen, Geschichten der Dorfbewohner und da fehlen noch Sachen. Gegenstände. Askeladen und die Prinzessin. Reflektoren. Oha. Da gibt es offenbar ganz viel. Schneemann-Reflektor. Und hier gibt es nur drei? Verrückt. Äh. Ich wollte eigentlich woanders hingucken, nämlich Steuerung. ob ich die Taschenlampe irgendwie Tastatur. Linke Taste. Interagieren. Okay, die Taschenlampe ist ja nicht drin. Also die holst du also automatisch raus, wenn es passt. Dann hoffe ich, dass er das auch tut. Ich sehe hier nichts. Äh. Oh, leck mich doch. Hier hinten geht's weiter, ne? Wo ist die Taschenlampe raus, du dusselige Kuh? Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich wieder was. Das ist Ispens Flaschlight. Ja, na also. Haben wir immerhin schon mal eine Taschenlampe. Da ist doch gar kein Blut an dem Pulli. Jetzt lernst du wahrscheinlich über diese Geschichte ihren Sohn zu lieben oder so. Irgendwie sowas in die Richtung. Da 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 da. Na los. There is no eye denial. Also, there is no eye in denial. Äh, ja. Espin must be cold without his jacket. Ah ja, und jetzt hängt seine Jacke hin aus dem Rucksack. Eine Affe. Mehrere Affen. His coat. His little coat lying in that dark place. I was his mother. I was supposed to protect him. He trusted me and I let him down as I had so many times before. His jacket was a symbol of my failure. I promised myself I would find him and bring him back. Die Frage ist, hat sie das Gefühl, dass sie ihn beschützen muss oder will sie ihn wirklich beschützen? Ah, für die Taschenlampe mit der Le... Ah, okay, gut. Äh. Die Frage ist, ob ich schon Dinge verpasst habe, weil es ja offenbar doch ein Spiel ist, in dem man ein paar Sachen einsammeln kann. Ups. Thurswig. 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 Ist das hier ein Troll. Ah. Schön. Die Geräusche auch gehört? So ein... Wow, was ein Feuer. Ein Gestank. Hier liegen tote Dinge rum. Was ein Feuer. Aha. Alles noch sehr nordisch hier. Was haben wir denn hier? Lalalala. Verrückt. Ein bisschen Licht sparen. Was ist das denn? Sieht er uns? Was ist das? Ein Troll? Oder irgendein Riese? Ich wette, er darf uns nicht erwischen. Kann ich das irgendwie speichern? Nö. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nett ist. Er klingt auch ein bisschen leidend. Ich hoffe, es gibt nur einen davon. Ist der... Hat der seine Regel oder was? Hört zu jammern. Komischer Troll. Ich bewege mich mal da weg. Ich komme... Das ist eine gute Idee. Äh... Ich habe das Gefühl, wenn ich meine Taschenlappe benutze, sehe ich zwar besser, aber dann sieht der Troll mich auch besser. Ich bin im Kreis gerannt. Thurses Weg, da ist er ja. Das war wohl die Warnung vor dem Troll. Technisch gesehen jammert er ja wenigstens schön laut. Dann höre ich den immer. Da ist die Höhle. Hier geht es irgendwie hoch. Hier geht es irgendwie hoch. Ein Feuerchen. Was steht denn da? Thurs Weg und Mörgstad. Ich weiß nicht, wo das Kind ist. Ich bewege mich einfach mal so ein bisschen rum hier. Okay, das ist... Naja. Oh, was haben wir denn hier? Hübsch. Aber kann ich nichts machen, ne? Hm. Hübsche Tür. Aber da fehlt auch irgendwie ein Henkel oder ein Hebel oder... Ich weiß es nicht. Dann ist der Berg abgeschnitten. Es leuchtet denn da unten. Ist ja gut, Mädel. Krieg dich mal ein mit deinem ganzen... Tja. Aber wir haben immer noch nicht rausgefunden, ob der Troll nun wirklich böse ist, ne? Vielleicht ist er ja gar nicht böse. Pff. Und wie die... Ich weiß nicht, wie es aussieht, aber es ist wahr. All of es ist wahr. Ich kann es nicht erklären. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben, aber es ist passiert. Die Moon. Als ich jung war, habe ich ein paar Fotos von meinen Eltern in einem alten Schuhbox in der Haus. Ich war für ein Weihnachten Weihnachten. Sie sahen so jung und in Liebe bevor ich bin. Ich erinnere mich, dass sie nicht so wie sie sind. Like the people I thought I knew. There was something different about them I couldn't understand. I was lifting a veil. And I knew these pictures were not for my eyes. The island was like that. The journals, the trolls, the broken moon. I wasn't supposed to see those things. Oh. Der Moon ist kaputt. Passiert ja mal, ne? So, dass der Moon kaputt ist. Hier ist eine Fischerhütte. Finden wir hier was? Nö. Das meine ich, ne? Oh doch, finden wir doch. Ich wollte gerade meckern. So nach dem Motto, das Spiel belohnt einen nicht fürs Untersuchen. Der Nix, Geschichten der Dorfbewohner. Das heißt, ein Nix lauert in den Gewässern in der Nähe. Kann nicht behaupten, dass ich solche Märchen vorletzte Nacht Glauben geschenkt habe. Habe einen kleinen, grasbedeckten Buckel im Wasser gesehen. Der See ist für ungewöhnlich, was für ungewöhnlich, spiegelglatt. Also habe ich mir die Augen gerieben nochmal hingesehen. Ich schwöre bei den Göttern, dass ich ein paar Augen gesehen habe, die mir aus dem Gewirr angestarrt haben. Ich habe geblinzelt, aber dann war der Buckel mit einem Plätschern verschwunden. Ich bin erschaudert und habe mich wieder meiner Arbeit zugewandt. Aber dann habe ich ein Blubbern im Wasser direkt beim Ufer gehört. Ein klumpen unkrautartiger Rankentropfen vor Matsch kam tastend aus dem See gekrochen. Ich bin zu meiner Hütte gerannt und habe währenddessen vor mich hin gebrabbelt, mich gefragt, welche grauenhafte Kreatur wohl diesen rankenden Fingern dranhängen mag. Es heißt, man kann ein Nix loswerden, indem man seinen Namen ausspricht. Der Gedanke darum, es etwas an solchen Kreaturen Namen geben könnte, ist genug, um mich in den Wahnsinn zu treiben. Oh, da ist ein Nix, guck mal. Das ist aber ein Nix. Es war groß. Hoffentlich kommt er nirgendwo an Land. Ja, ein bisschen spukig ist das Spiel ja schon, ne? Nö, bitte nicht an Land kommen, ne? Herr Nix. Bitte kommen Sie nix an Land. Ich vertraue dem See nicht mehr. Was? Was? Das sind Schatten. Ich habe irgendwas geplätschert. Oh, alle in Ruhe. Eichhörnchenreflektor. Espen. Du bist live. Don't be scared, little man. I'm coming. Äh. Eichhörnchenreflektor. Okay. Süß. Ähm. Einer muss ja noch, ne? Einer ist ja noch irgendwo. Ein Reflektor. Ist das normal hier, dass der Baum hier so kaputt ist? Äh. Wo ist denn hier der Weg im Wald? Da. Hm. Nun gut. Hier ist wieder das Trollgebiet. Hm. Komm mal da rein. Und vielleicht eine andere Gruselgeschichte. Da streiten sich Leute. Leute. Da streiten sich Leute intensiver. Wollen wir doch mal schauen. Schrei doch nicht so rum, Mädel. Du doofe Kuh. Äh. Okay. Die ist schon länger tot da hinten. Äh. Ingrid, mein Schatz. Ich hab was Furchtbares getan. Schande über dich und mich gebracht. Ich wollte um dich kämpfen und dafür sorgen, dass du sicher bist. Ich weiß, das war eine törichte, äh. Das war eine törichte Idee. Das ist eine tolle Übersetzung. Ähm. Und dein Vater hat sie als solche gesehen. Wollte losziehen, um zu verhindern, dass der alte Erik kommt und dich holt. Aber dein Papa hat versucht, mich aufzuhalten. Ich habe ihn aufgeschlitzt. Hab ihm die Kehle aufgeschlitzt. Und er ist verblutet. Ich kann nicht zusehen, wie Erik dich mitnimmt. Ich kann's nicht. Ich weiß, dass du und die Götter mir niemals vergeben werden. Aber ich... Gehe fort. Dachte, ich hätte was gehört. Äh. War wohl die Fliegen. Hab keine Angst, mein süßes Kind. Such bloß nicht nach mir. Vielleicht setzen auch wir schon bald unsere Segel. Werden mit deinem Vater auf dem lieblichen Ozeanfeind. In Liebe, deine Mutter. Ja, das sind Fliegen. Es spukt hier halt auch ein bisschen, Mädel. Hier überall. Gibt's hier noch irgendwas? Guck mal hier noch irgendwie rein? Guck mal auf hier. Hier sind Schilde. Wie die alle die gleiche Einrichtung haben. Alle bei Ikea offenbar hier gewesen. Ich werde auf dich warten. Harbart ist heute Nacht nicht von seiner Jagd zurückgekehrt. Dieser verfluchte Troll hat ihn geholt. Ich weiß es. Oh, Harbart. Hat sich immer in die Höhle der scheußlichen Kreatur gestichen, um dort Knochen abzunagen, verfaulte Fälle zu stehlen. Das hat er gemacht. Hat oft gesagt, der Troll wäre zu langsam und zu dumm, um ihn zu kriegen. Aber er kehrt selten so spät zurück. Und jetzt, jetzt setz ich hier, hungrig und verlassen, frag mich, woher meine nächste Mahlzeit kommen wird. Harbart, du Narr. Hm. Ist die Gute verhungert? Ich meine, hier ist ja sonst niemand. Hast du laut zu knatschen? Verrückt. Verrückt. Dann gehen wir mal weiter hier. Durch den finsteren, düsteren Wald. Der Troll ist also langsam. Naja, man wird's sehen. Wir sehen hier einen Wolf. Wölfe sind hübsche Tiere. Gibt's hier einen Wolf? Die halten sich ja von Menschen doch eher fern. Ich kann's nicht, ich bin auch nicht erzübert, was sie da sagen wollen. War das nicht eben? Hm. Na, mal gucken. Was war das? Ich dachte, ich hätte was gehört. Aber. Ich bild mir das offenbar nur ein. Ja? Ne, dem Wasser vertraue ich hier nicht mehr. Seitdem da dieses komische Wassermonster auftauchte, traue ich dem Braten nicht mehr. Oh. Hui. Ja. Äh. Ich weiß zwar nicht, warum ja. Wahrscheinlich, weil ich neues Gebiet habe und das ein Checkpoint ist. Das ist ja waldig hier. Aber würde ich auch gerne mal, oder? So nachts mit einem vielleicht heilen Mond so durch den Wald schlendern, wo so Kerzen an den Bäumen hängen. Ist doch hübsch. Was ist das? Das Geräusch. Ich find's wenig beruhigend. Was denn? To Espen? To Espen? To me? To himself? I was left all alone with a child I couldn't confide in. It didn't give me the chance to say I was sorry and I never forgave him. But in the forest, I was alone again. Desperate for the person I loved the most. And right then, I could almost understand why Espen's father did what he did. Aha. Kannst du. Das ist doch schön. Hm. Hier ist eine kleine Brücke. Ich weiß nicht, ob ich da vertrauen soll. Mach ich mal. Ja, sie juckt. Aber wenig Viecher hier, ne? Im Wald. Ja, wenig Viecher im Wald. Mhm. Wo ist er? Wo ist denn der Sack? Wo ist denn der Sack? Wo muss ich hin? Okay. Er kommt von hinten. Das ist eine andere Trollhöhle hier, ne? Hui, bloß weg hier. Huf. Wo bin ich? Äh, wo muss ich hin? Äh. Boah. Sind wir ja nochmal weggekommen. Aber ich weiß nicht, wo muss ich denn hier lang? Wer hat das gesagt? Wieder so eine Tür hier. Wer ist coming? Und wer sagt das? Hier ist niemand. In dem Häuschen da hinten? Komm mal da hin. Was? Wo war jemand? Was? Ich hab eben so, 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 Tops, 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 Tops gehört. Es ist ja sehr lieb hier alles. Da hinten brennt ein Feuer. Ich bin sehr skeptisch. Kommt jetzt der alte Erik oder was? Hallo? Du kannst ja nicht hinrennen, wie jetzt. Oder müssen wir hier rüber irgendwo anders hin? Also Wegfindung hier, ne? Ist grandios. Ich weiß immer, wo ich hin muss. Mhm. Warum komme ich denn nicht weiter, verdammt? Oh, so Charaktere, die nicht laufen können, ne? So Charaktere, die so unrealistisch... ...irgendwo runterspringen und dann aber nicht mehr über einen Stein kommen. Wenn das Level nicht will, dass es da weitergeht. Leck mich doch. So, hier geht's ja auch noch weiter. Dann weiß ich auch mal nicht, ob ich hier schon mal war. Oder ob die einfach dieselben Modelle verwendet haben. Ne, hier waren wir aber noch nicht. Nein, du sollst dir das durchlesen, du blöde Kuh. Nicht wegdrücken. Der Hirt, die Warge. An alle mündigen, körperlich tauglichen Männer und Jungen. Hartis und Skolz Herrsch auf dem Tunnel wird bald vorüber sein. Wir wollen die Warge in der Schlucht am Gebirgspass einfangen. Alle mündigen Männer und Jungen sollen sich am dritten Tag des nächsten Mondes vor Morgengrauen am Tor in Vidarbi versammeln. Wir werden die Bestien mit Schlacht abfällen, die Schlucht locken, die Türen für immer hinter den verdorbenen Brüdern verschließen. Wer seine Hilfe verweigert, dem droht die Strafe des roten Eisen. Des rotem Eisen. Hirtmann. Im Namen von Jarl Geier-Mürskäg. Mhm. Ich bin ja begeistert. Warge sind übrigens riesige Wölfe. Ich bin mir nicht so sicher, ob mich das... Ich meine, ich mag Wölfe, aber ich bin mir nicht so sicher, ob mich das in diesem Spiel freuen würde. Hey, öffne die Tür. Ich muss meinen Sonnen finden. Gott sei Dank, wo ist mein Sonn? Die Kinder sind weg, Eric. Alle weg. Ich bin nicht Eric. Ich denke, er hat meinen Sonnen. Wer ist er? Was wird er tun? Wenn Eric dein Sonnen hat, sehr beruhigend. Haben wir noch irgendwas? Ja. Fehlende Tochter. Verflucht sei dieser alte Bastard Eric. Verflucht sei er. Jorun war heute Morgen nicht aufzufinden. Heute Morgen. Sehr umgangssprachlich. Er muss es gewesen sein. Haben im Brunnen oder in der Brücke im Dorf gesucht. Aber Jorun hat sich schon immer vor Wasser gefürchtet. Haben Stiefelabdrücke vor dem Fenster gefunden. Noch mehr davon an Joruns Bettchen. Fast fünf Jahre zu früh dran. Wieso? Was ist nur ihn hingefahren? Wenn ich dran denke, wie mein kleines Mädchen ab diesen Berg geschleppt wird. Und solch ein Schicksal erleiht. Dorfbewohner haben sich versammelt. Sie sind sich einig, dass der Wolf sein Wort gebrochen haben muss. Teuflische Bestie muss nach noch mehr Kindern lechzen. Um ihre verfluchten, unersättlichen Hunger zu stillen. Und wir wollen diese Ungerechtigkeit erdulden. Das müssen wir. Wir sind machtlos gegen ihn. Haben sie gejammert. Machtlos. Das Mannsvolk sagt, es dient alles einem höheren Wohl. Haben ihn vor die Füße gespuckt, die ganzen Feigen Brut lebe wohl gesagt. Ich kann den Anblick von Eriks Haus auf dem Hügel nicht mehr ertragen. Äh. Bin ich doof? Das hat doch eben noch nicht gebrannt, oder? Also. Gut. Also der Typ, der da eben drin war, der verbrennt sich jetzt selbst. Komm mal machen. Hat man es immerhin. Hutzelig warm, ne? Muss ich nicht verstehen. Hm. Was haben wir hier? Nichts drin. Aber es sollte so klingen, als hätte sich da gerade jemand verbarrikadiert. Mhm. Nun gut. Hm. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hächel, hächel, hächel. Die Frau ist aber auch. Schnell aus der Puste. Wie lange das Holz hier brennt, ne? Hm. Was haben wir denn hier unten? Oh, danke Gott. Hallo? Entschuldigung. Mein Sonn hat gebrannt. Dann habe ich einfach... Ist das Kind tot? Äh. Ganz offensichtlich. Aber ganz offensichtlich ist das Kind tot. Ich finde, ich fand die Fahne ein Tote eine Tonscherbe. Ich pisse dir da ja auf den Kopf, wenn du mich nochmal beleidigst hier. Ich habe sie auf den Kopf gesetzt. Ich habe sie mit einem Kissen gegründet. Aber ich habe sie mit einem Kissen gegründet. Ich habe meine kleine Frau mit mir gegründet. Ich habe meine kleine Frau mit mir gegründet. Der ist ein bisschen durchgeknallt, der Gute. Kommen wir nicht weiter? Seid mal, was soll ich denn jetzt langen? Hier rüber? Oho. Automarke. Breadcrumbs. Breadcrumbs. Ach was, Mädel. Du bist ja schnell. Die ist ja schnell, die Gute. Mensch, der Erik ist gefährlich. Gibt's ja gar nicht. Wo geht's dir jetzt lang? Äh. 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 Mal sehen, ob's hier... Äh. Ja, lecker. Äh. Die haben ja alle noch relativ mittelalterlich gelebt, ne? Also, Leben ist jetzt eh kein Thema mehr. Äh. Hier oben hat wohl der Jarl gesessen. Der ist aber auch nicht mehr da. Vielleicht war er das hier, ja? Mein Gott. Äh. Why? Hier hängen Kinder überall. Und Krieger und Frauen. Oh ja, warum nicht? Ich mein, das ist eine schöne Zimmerdekoration. Nehme ich an. Oh wei. Machen die das alles wegen diesem komischen Erik? Kann man diesen Erik nicht umbringen und gut ist? Anstatt, dass sich hier alle opfern? Sieht auch nicht mehr ganz so lebendig aus. Äh. Was haben wir denn hier? Fest und tot. Diese Nacht wird sowohl Freude als auch Leid worden. Auf unserer verrotteten Insel sind endlich keine Kinder mehr übrig. Außer meinem eigenen beiden Babys. Erik und sein verfluchter Wolf haben fast alle unsere Kleinen beraubt. Wir sind alle, äh. Wir alle sind uns des Schicksals bewusst, dass uns, die die Abmachung mit dem Wolf nicht einhalten konnten, erwartet. Heute wollen wir ein Fest für alle veranstalten, die kommen mögen. Wir werden fröhlich und in warmer Gesellschaft sein und die Götter noch einmal stolz auf uns machen, falls diese Narren jemals waren. Wenn wir zu tief in unsere Krüge gesehen haben, doch mehr Angst zu verspüren, werden wir alle ein Schlückchen vergifteten Mez trinken. Denn hier gibt es sicherlich nichts mehr für uns. Meine eigene Familie werde ich von den Balken hängen lassen. Ach, da ist er Jahl geblieben. Der Bastard wird unsere Familienehre nicht besudeln, indem er eines meiner Kinder, der verdorbensten Kreatur aller Neuen Welten. Ah, nordische Mythologie. Die Neuen Welten. Mögen die Götter uns den verfluchten Narren vergeben, wenn alle Ewigkeit trinken und fröhlich sein. Skull. Ne, Midgard, Asgard, Varnaheim, Muspelheim, Heel, Svadalfsheim. Fehlen noch drei. Äh. Die Ecke da, wo Tür wohnt. Wo war das nochmal? Nun gut, hier geht's weiter. Noch mehr Tote vielleicht? Ja, aber was Neues. Ah, hier ist gar nichts. Huschen wir mal weiter. Vor der Walking Simulator hier, hm? So. Das ist, äh, ist es hier gewesen. Jetzt muss ich erstmal wieder irgendeinen Weg finden. Das da hinten sieht doch gut aus. Gucken wir mal hier hoch. Vielleicht ist hier oben noch irgendein Zettel, bevor ich weitergehe. Äh. Nö. Nichts. Oder vielleicht liegt hier oben noch was. Nein. Da ist ein Zettel. Dann hat er noch genug Zeit zum Schreiben. Alle kurz vorm Sterben, aber Zeit hatten sie noch. Gibt achte, Hirt. Ein Hulderer sucht diese Gegend heim. Die Schlampe frisst alles und jeden, den sie in die Finger bekommt. Wenn die passieren müsste, wird steht eine entzündete Fackel mit euch. Oh, du Kreatur, hast das Licht. Männer der Hirt. Okay, jetzt also eine Hexe, die Licht hasst. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich hab ne Taschenlampe. Reicht das? Wenn wir's überhaupt sehen. Den Wolf haben wir auch noch nicht gesehen. Wenn's den denn überhaupt hier gibt. Die gute Hirt kann aber immer ein bisschen Gelomythol vertragen, so heiser wie die klingt. Also ein bisschen Spannung ist schon in einem drin, während man hier so durchgeht. Man hat schon ein bisschen Schiss. Muss ich ja gestehen. Keine Ahnung, wo hier Viecher sind oder wo nicht. Da oben geht's vielleicht weiter. Und hier? Was ist hier? Ein Ausblick vielleicht nur? Hö. Hö. Öh. Öh. Ja, ist ganz lecker. Warum kann ich hier hin? Gibt es hier nichts? Offenbar nicht. Öh. So, dann düsen wir mal hier lang. Bergauf. Über den Fluss. Und weiter geht's. Ist ja hier alles sehr beruhigend. Ich mag die Musik nicht. Äh. Äh. Mein Gott, ist der Wald hier groß. Ich find hier gar nicht mehr zurecht. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich lang muss. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich lang muss. Ich weiß gar nicht mehr. Ah. Oh, Gänsehaut. Was ist das? Wobei, die, 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 die Hexen hassen Licht. Ich muss die doch nur anleuchten, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, oder wo ich hin muss. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin, oder wo ich hin muss. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin muss. Oh, Junge Es mag sein, der Wald war so groß Wir haben da sicher noch irgendwas übersehen Aber das steht ja auch nicht gerade dran, wenn wir ein neues Gebiet betreten Wir sind denn hier einfach drin, ne? Meine Haare sind durcheinander Puh No, jetzt gibt es Aber ich dachte, dass Monster nur in den Büchern und Filmen In unseren Tränen Aber auf der Eiland Da waren Monster überall Das blinde Kreatur Es hat mich almost tölt Das Schreckliche Sache in der Kau Toll Monster in Angst einjagen Ist sicher das einfachste der Welt Weil man, wie jeder weiß Monster sind ja immer relativ schreckhaft, ne? Schon wieder so eine Tür Oh, das Viech eben Hat mich tatsächlich ein bisschen erschreckt Oder ich hab mich erschreckt Das Viech hat mich erschrocken Erschreckt und erschrocken Das sind immer so zwei Worte Die gehören, glaube ich, zu den am meisten verwechselten Worten, die es so gibt Auf der Welt Wo müssen wir langen? Wo komm ich denn her? Ist das hier richtig? Ich glaube nicht Komme ich hierher? Äh Ich geh mal so ein bisschen bergauf Das kann doch nicht verkehrt sein hier Äh Komme ich hier rüber? Ne, da kommt das Mädel nicht rüber Hier haben wir eine Brücke, die Brück Hier waren wir doch schon, oder? Ne Oder? Ich finde es immer schwierig Wenn es so manche Dinge so kopieren Rauszufinden, wo ich schon war und wo nicht Wahrscheinlich laufe ich jetzt schon zum zehnten Mal im Kreis hier Äh Okay Gehe ich doch mal eher In diese Richtung hier Wenn das denn irgendwie ginge Aber man wird ja hier in diese Richtung dirigiert Man kommt ja nur hier rüber Und an der anderen Seite lang hier vielleicht Wenn das hinter einem Ähm Nur im Kreis führt Danke Spiel Danke Bin begeistert Fick dich Spiel Ich will da gar nichts zu sagen, glaube ich Oh nö Ich dachte, dass es mit der Hexe wäre vorbei Weil wir die jetzt eben hatten Und dann können die doch nicht normal kommen Oh nö Was für ekelhaften Viechern Okay, wir wissen schon, was wir hier lang müssen Und dass hier gleich ein Viech kommt Ob ich mich deswegen jetzt weniger erschrecke? Nö Glaub nicht Ich muss mich zusammenreißen Okay, das mal war ich vorbereitet Aber warum er die Schiebe ändert immer? Ah Wie kommen wir denn an diesen scheiß Spacken vorbei? An diesen komischen Monstrositäten? Ich bin bisher an allem vorbeigekommen hier Sammlung Hier fehlt noch was Notizen Gegenstände Reflektoren Die haben wir alle Ackeladen Tonscherbe Hier fehlt noch sehr viel Tatsächlich, ne? Ekelhafte Viecher Wie die auch klingen Äh Komme ich hier vielleicht irgendwie außen rum? Also rechts rum geht es ja eh nicht weiter Aber kann ich hier irgendwie nicht? Hier ist zu Ich muss ja hier lang Die Viecher hassen doch Licht, oder nicht? Vielleicht ist das schon die Antwort Die kommen aber aus einer Richtung, wo ich sie nicht sehe Die Ficker Oh, hier hab ich ne Gänsehaut Alter, die sind so ekelhaft Oh, ich hasse das da immer wieder hinlaufen zu müssen Warum kann ich nicht speichern, wo ich will? Dann würde ich da in der Ecke speichern Aber jedes Mal da wieder hinlaufen Finde ich ja fast schon wieder, äh Gamebreaking nervig Boah 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 Aber es würde mich interessieren Welche Viecher die hier noch alle eingebaut haben Ich hätte den Nix auch gerne nochmal gesehen Ja Komm her Du Vieh Boah Ah, ja, hör ab. Ah, faucht es. La weg. La plus weg. Oh, Junge. Macht mich nicht fertig. Oh. Ich sag doch, ich komm mit Horror nicht klar. Boah. Puh, das Geschrei. Geschichte. Das Geschrei ist ein Miststück. Sieht ganz viel länger ertragen. Geräusch klingt so seltsam, wie ich oben in den Hügeln kann. Hören, wie es Vögel fängt nach dem Gefährtenruf. Schon lange fort ist der Verlust ihrer Augen betrauert. Es scheint, als hätte die Wache vor ein paar Tagen eine Falle aufgestellt. Hat mit einem Haufen toter Krähen in der Nähe des Wachtturms kochenden Teer auf sie gegossen. Sie sind hergekommen. Es haben versucht, mit brennenden Fallen auf sie zu schießen. Bei ihr findet man ein Pferd mit Kiemen als einen Mann der Wache, der gut zielen kann. Das elende Ding ist nicht gestorben, nur wehklagend in der Dunkelheit verschwunden. Aber das Geschrei. Wenn sie mir nicht den Schlafen rauben würde und ich wegen ihr nicht mehr meiner eigenen verlorenen Liebe nachtrauen müsste, hätte ich beinahe Mitleid mit ihr, so wie ich Mitleid mit diesem alten Mann Erik und seiner furchtbaren Aufgabe habe. Okay. Ja, die sind hier aber alle irgendwie sehr unglücklich, glaube ich. Raid Wind. Müssen wir denn jetzt lang? Höher. Hier sind überall die Toten. Erik hat uns heute Nacht vor dem Pakt und dem Krieg vor langer Zeit erzählt. Man sagt, man könnte die Schrecken Ragnarok überall hören. Selbst als unser Volk hierher in Sicherheit gebracht wurde. Die Erde bebte riesige Bauten Asgards fielen aus dem Himmel über den Berg, den wir heute Varkfield nennen. Feld der Wölfe. Na, das ist doch super. Äh, Fenrir tötete Odin, legte beinahe alle Welten schon in Asche. Nur wir auf Hoth-Mimirs Holz blieben übrig. Mimir war doch jeder Riese der Weise. Und Fenrir war ja der Wolf, äh, der Göttin Hel. Geführt von Odins Sohn Vidar. Mhm. Äh. Äh. The dead lay restlessly there, forgotten by everyone. When my father died, we buried him and we mourned him. I told Espen he was in a better place and to remember his grandfather as he was before he got sick. Who was mourning these people? Where had they remembered fondly? It seemed like the people on the island had been fighting to hold on for so long, then just... Let go. But I wasn't ready to let go. I wasn't ready to let Espen become a memory. Die Brüder sind eingesperrt, eins. Geschichte Dorfbewohner. Der Tag war erfolgreich. Die, die Altesten haben endlich beschlossen, dass den Wagen Einhalt geboten werden muss. Und seht, wir haben es geschafft, die Bastarde in der Schlucht einzuschließen. Wir haben einige junge Männer als Kundschafter in die Tunnel geschickt und sie angeordnet zurückzukehren. Äh. Wenn sie die Welpen rumschleichen sehen. Nachdem diese Aufgabe abgeschlossen war, ist eine Gruppe von uns mit toten Ziegen und Eimernvollinnereien durch die Tunnel hoch in die Schlucht geschlichen. Die blutige Sauerei wurde an dunklen Ecke des Gebirgspasses auf dem Boden verteilt. Der Geruch von Blut hat die dummen Kreaturen angelockt. Sie kamen schnüffelnd in die Schlucht gelaufen. Äh. Ich hatte sie nie zuvor gesehen. Ihre Größe machte mir Angst. Sie waren gigantisch. So groß wie ein Mann, doch dünn und kränklich aussehend. Auf beiden waren Zeichen zu sehen. Dunkelheit leuchtet. Und dann steht, dass sie an den Tunnel traten. Okay, sie leuchten also. Das ist jetzt die Waage, die hier leuchten. Das wäre ja praktisch, wenn die leuchten. Dann sieht man sie besser. Hm. Wo müssen wir denn lang? Ich weiß immer nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Da habe ich immer das Gefühl, ich lasse irgendwas aus. Hier waren wir. Ich weiß es gar nicht. Ne, war mal nicht. Widerhorn. Brüder, ich fand, ich fand eine Tote, ein Widerhorn. Was ist das für eine? Hm. Ein Tote, ein Widerhorn. Ja, was auch immer. Sowas habe ich halt, denke ich, schon öfter hier, dass ich irgendwas verpasst habe. Hm. 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 Mein Gott, liegt hier viel rum. Äh, und sie haben einander zugeflüstert. Da bin ich mir sicher. Sobald sie auf der anderen Seite dann beschäftigt waren, die Bäuche vollzuschlagen, rannten wir hinter ihnen durch die Schlucht und verschlossen alle Türen. Von innen. Somit waren sie gefangen. Wie sie brüllten, als sie verstanden, was wir getan hatten. Die Tür, die mir am nächsten war, erzitterte, als die Brüder sich dagegen warfen. Aber es war vergebens. Die Türen wurden gebaut, um stärkeren Besten als dies in Stand zu halten. Nun, da die Türen versiegelt sind, wird es beinahe unmöglich sein, von einem Dorf zum anderen zu reisen. Da allerlei gottlose Kreaturen auf dem Pfaden ihr Unwesen treiben. Doch die Brüder sind nun auf ewig eingesperrt. Ein großer Tag für die Insel. Zum ersten Mal. Äh, seit einer sehr langen Zeit. Hat ja sehr geholfen. Hier ist ja auch absolut nichts mehr im Busche, ne? Nö, nö. Alles, alles, alles gut. Hm. A plague upon both. Öh. Was ist das denn hier? Was ist denn das? Das ist auch wieder wie eine Hexe. Also diese... Ich bin mir nicht sicher. Also dieses Spiel hat irgendwie was Unangenehmes teilweise. Könnt ihr das irgendwie nachfühlen? Raidwind. Boah. Ich will es gar nicht... Ah! Jesus. Ich bin sorry. Ich bin sorry. Ich bin weg. Ich bin weg. Ein Wildschwein. Was soll das sein? Ein... Äh, wie heißen die noch gleich? Mensch, das ist nicht mehr auf der Zunge. Wie heißen die denn noch gleich? Ne, es liegt mir... Also ich... Ist auch so eine Sagengestalt aus dem Nordischen. Wie heißen die denn noch? Oh nein. Eine Schlange? Pff. Die sind doch nicht schnell. Also so eine Schlange ist ja meistens eher relativ gemütlich. Äh. Aber man will ja nichts beschwören, ne? Man weiß hier ja nie so genau. Äh, finde ich ja cool. Ich dachte gar nicht, dass... Was? Wie bitte? Äh. Hm. La, 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 la. Mein Gott, ist das hier weitläufig alles. Wo müssen wir denn hier lang? Uff. Sachen gibt's. Äh. Oha. Was ist das denn? Ein Riese? Was ist das denn? Äh. Fett. Ganz fett. Äh. Oh. Troll kloppt sich mit Yeti. Ne. Troll kloppt sich mit größerem Troll. Reagieren die auf Geräusche? Oh. Oh. Die sind doch schneller, als man denkt. Wo revive ich denn jetzt? Äh. So lang ist das immer gar nicht, ne? Von den Spots. So lang wie miteinander beschäftigt sind. So lang wie miteinander beschäftigt sind. Fehl zu leicht für den Fettsack. Leider nicht. Leider nicht. Der kriegt mich. Vielleicht kriegt mich das Mistschwein. Aber wie kommt man denn da weg? Äh. Äh. Alter wie kommt man denn da weg? Vor dem Vieh. Willst du dich vor dem Viech da verstecken? Ich meine, am Anfang ist er noch beschäftigt, da seinen Treubruder zu verkloppen. Aber wo willst du dich denn da verkriechen, dass er dich nicht findet? Geh mal weg da. Also, dass ich jetzt mal nicht renne und keuche und alles. Genau. Geh mal weg. Komisches. Die Viecher finde ich gar nicht so gruselig, sind ja nur Trolle. Geh woanders hin. Klingt ein bisschen wie unser Lehrer in Automationstechnik. Der ist ähnlich. Ungestüm. Ah. Sehr gut. Große Schwerter. Hier hat er mich erwischt. Jetzt kommt entspannte Musik. Sehr schön. Äh, was haben wir hier? Ist wieder ein Trollhort oder sowas? Nö, einfach nur eine Flamme. Wer das ja alles am Laufen hält, ne? Die ganzen Feuer. So, hier haben wir jetzt wieder eine Rune. Röchel, Hust. Röchel, Hust. Verrückt. Also, ich muss sagen, das Spiel hat ja irgendwo was. Das ist ja im Endeffekt nur ein Walking-Simulator. Ich gucke mir ja die Gegenden an, durch die ich renne. Äh. Und muss hin und wieder mal so ein bisschen nachdenken, damit mich keine Viecher kriegen. Aber da hätte ich echt lieber irgendwelche Dämonen oder so. Weil vor Dämonen habe ich weniger Angst. Ne? Weil da weiß ich halt, was mich erwartet. Aber irgendwelche komischen, untoten, Gruselfiecher, die komisch rumscreechen. Ne? Auch der Troll eben. Das ist doch noch ein... Okay. Es ist verspannt, ne? Wenn er einen verfolgt, dass man schnell wegkommt und so. Oh. Aber es ist halt nicht so gruselig, finde ich. Oh. Ich dachte nicht, dass mir das Spiel so gefällt. Ich habe das ja ausgewählt aus dem typischen Prinzip, dass ich, wenn ich in eine neue Kategorie von Spielen reingucke, dann gucke ich erstmal rein in Spiele, wo ich denke, die sehen mir jetzt erstmal gar nicht so interessant aus. Das spiele ich sicher nicht. Nicht lange dran gucken wir da erstmal rein. Aber hier habe ich jetzt echt einen kleinen Narren gefressen. Also das finde ich bisher recht spannend. Was ist das denn hier? Was leuchtet denn hier so? Ein Laserschwert? Äh. Ja, erstmal gucke ich mich hier um, bevor ich dann in die Höhle gehe. Weil es da wahrscheinlich weiter geht. Ne, hier geht es auch weiter. Oh, leckt mich doch, Spiel. Gibt mir noch nicht so viele Wege als Möglichkeit. Da habe ich echt lieber die schlauchigen Level, die ich erkunden kann. Sonst habe ich immer das Gefühl, ich verpasse die Hälfte. So, hier brauche ich eine Zahlenkombination. Aha. Es ist sehr antik. Ein Zahlenschloss. Hust, hust. Ja. 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 Ich bin gut. Du bist sicher? Ja. Okay. Komm, wir müssen hier raus, jetzt. Mom. Er könnte sein, dass wir irgendwann mal wieder zurückkommen sind. Ich denke, wir müssen einfach gehen. Mom! Ich bin nicht so gut, in hier. Mom, hör auf mich! Was? Wir müssen gehen! Mom, ich bin nicht gehen. Huh? Was hast du gesagt? Ich kann nicht mit dir gehen, Mom. Mom, I left the trail for you, so I could say goodbye. Espen, you don't know what he's going to do. I've seen things, read things. I think he's going to try to... I know, Mom. I know what he's going to do. And what I have to do. Espen? He's coming. Quick, hide! Das ist der alte Erik. Du sollst nicht hierher kommen. Du hast meinen Sonn genommen. Du bist ein Mann. Du ziehst Kinder aus ihren Häusern. Das Verste, das ich zufrieden, ist nicht das, was ich genieße. Nor ist es das, was ich in der Wahl habe. Das Verste, das du zufrieden? Was ist das, was diese Kinder? All these children. They are chosen. They must come. Some of them, like your brave son, even choose to come. They're children, you fucking monster! They should decide if they live or die. But you lie to them! Lure them! I don't lie. I only tell them what must happen. There's no time for this. Sunrise draws near. Espen, we must leave. Get back! Don't you touch him! Mom, it's okay. It's going to be okay. No, don't hurt her! Run, Espen! Run! You cannot protect him any longer. Mom! Mom! No! Mom! 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 Eine Bugpfeife und die Frau ist erst mal ausgeschaltet. Unglaublich. Was soll ich dazu sagen? Mädel. Haben wir noch irgendwas zu lesen? Mein Gott. Der hat eine Küche groß genug, um die Kinder direkt zu kochen. Bei dem ist es ein bisschen schicker hier, ne? Torschlüssel. Ach so. Den brauche ich, um rauszukommen, offenbar. Hat der hier sogar einen Rekorder? Was ist das hier? Eine Werkbank? Die sieht relativ modern aus. Ein Bifrost. Ja, der Bifrost ist ja die Verbindung zwischen den neuen Welten, ne? Nicht Bifrost, sondern Bifrost, heißt er. Ich kann mich in Spiegel sehen. So sehr ekelt mich der Gedanke an meiner Aufgabe, dass ich kaum essen kann. Diese vergangenen Jahre, so lange, Väter und Mütter verstecken ihre Kleinen vor mir, je näher der Zeitpunkt drückt. Doch ich finde immer eins, egal wie weit ich gehen muss. Versteckt in einem Vorratsschrank oder unter einem Bettchen. Ich schleiche den Berg hinunter und nehme sie mit. Auf der Insel waren fast keine Kinder mehr übrig und Fenrir weigerte sich, einen Ersatz zu akzeptieren. Es schien alles verloren, nur Bifrost blieb noch. Äh, sie fiel während des Krieges, zerbrochen und fast ohne Magie. Achso, so haben sie die Frau genannt, oder wie? Sie brach zusammen, doch Teile von ihr können immer noch dazu genutzt werden. Ah, ne, doch nicht. Ist aber der Bifrost und nicht die Bifrost. Ähm, naja, um die Ebenen zwischen den Welten zu überqueren. Aus Verzweiflung trat ich auf, äh, ein Stück folgte ihm hinüber zu einem anderen Ort irgendwo anders. Dort fand ich ein Kind, Kinder, mehr Kinder, als Fenrir jemals begehren könnte. Ich brachte diese Kinder rüber zum Bifrost zurück und der Wolf war besänftigt. Also will er quasi das Ende der Welt, den Ragnarök hier, verhindern. Na super. Äh, an einem anderen Ort. Doch er durchschaute meinen Betrug, er erkannte, dass ich etwas Unentdecktes enthüllt hatte. Er verlangte mehr, immer mehr und mehr. Der Wolf weiß von der versteckten Welt. Mit meiner Reise dorthin habe ich alles in Gefahr gebracht. Doch hatte ich eine Wahl, ich kann nicht schlafen, kann nicht essen. Ich sehe Gesichter, ihre roten Augen und Tränen verfolgen mich so sehr, dass ich kaum stehen kann. Ich breche unter der Last ihres Schreckens zusammen, Götter, helft mir. Mhm. Verrückt. Fuck yourself, Eric. Ja, das ist nicht Liebe. Oh, guck mal hier, ein Trollkopf. Man kann die Viecher also auch erlegen. Hm. So, das ist das Tor. Vielleicht ist in der Höhle ja noch, ähm... Das sieht ja auch nett aus, wie so ein Wolfsschlund. Vielleicht haben wir hier die Zahlenkombinationen drin. Ja, lecker. The cave was something from a nightmare. Toys and clothes strewn on the ground. Treasured items of a hundred children, more, cast away like wrapping paper. It was a tooth. A sefalker. The terror these children must have felt. The confusion. Their only comforts torn from them. I knew then, I wasn't just going to catch up to Eric and save my son. I was going to kill him. Wo bin ich denn hier? Ich geh, glaub ich, schon wieder raus, ne? Oh. Das sind mal diese Spiele, wo es keine Karte gibt, ne? Wo es keine Map gibt. Fürchterlich. So, hier waren wir. Nein, nein, hier waren wir. Hier waren wir. Also gehen wir jetzt hier rum. Ein Clown. Er wird. Oha. Toy Soldiers. Ein bisschen krank ist das schon, ne? Ein Gameboy. Also hat er ein Tor zur Menschenwelt gefunden hier, ne? Verrückt. Nee, du sollst es hier lesen, du Eumeline, du. Oha. Na ja. Registry of Little Heroes. Na super. Kickstarter. Wie geil. Das Spiel ist... Ah, das sind die Leute, die das hier alles unterstützt haben. Wie cool. Das sind die Leute, die das auf Kickstarter unterstützt haben, dass das Projekt hier realisiert werden kann. Die da Kohle. Gender und Willing. Die meisten sind echt Männer gewesen, die das unterstützt haben, das Projekt. Cool. Das ist ja nett. Bewegen. Wie? WASD. Bewegen. Rauszoom. Control. Bringt ja alles nichts. Heransoom. Shift. Ah. Said he'd been waiting for his entire life. He loved my ex almost more than me. Okay. Ja nett. Ich dachte zwar, ich könnte jetzt was rausfinden, wie ich da die Zahlenkombi und so, aber nö. Finden wir hier Kickstarter-Gedöns. Erwärmt mein Herz, sie so spielend zu sehen. Die Kinder so unschuldig und rein. Ich glaube, es ist die Reinheit, nach der der Wolf giert. Fenrir, diese abscheuliche Bestie, nimmt sich mehr und mehr. Nimmt sich von der Insel, nimmt sich von mir. Er weiß nicht, wie lange es auch ertragen kann. Ich fühle die Last, die zunehmende Last des Kummers, die verursacht haben. Der Gestank, der Verderbnis, die niemals abwaschen. Der ist die Schuld. All diese jungen Mädchen, die weinen, die mit roten Gesichtern, heiseren Kehl, nach ihren Eltern schreien, die dies nicht verstehen. Denn, fast schlimmer noch, die Kinder, die sich edelmütig ihrem Schicksal stellen. Die, die wissen, was ihr Opfer für den Rest von uns bedeutet, ihren Platz nicht einnehmen können, obwohl wir es so gerne würden. Die, die sich opfern, damit wir leben können. So wie mein eigener Sohn. Aber ich finde hier echt nichts, was erklärt, wie ich da hinten das Dings aufkriege, ne? Schade. Da kriege ich die Tür nicht auf. Tja. Hechel, Keuch. So, das ist auf jeden Fall das Haus von dem Eumel. Und hier kommen wir nicht rein. Ne, ich weiß ja auch nicht. 2, 7, 3. Ich wüsste nicht, wo wir hier irgendwo mal was gesehen haben. Da drin ist wahrscheinlich auch nur wieder irgendein Sammelgegenstand, aber... Schlüssel habe ich ja nur hierfür. Es wird Schneeiger hier oben. Eindeutig Schneeiger. Was haben wir denn da hinten? Was leuchtet denn da? Äh. Es fehlt ja so eine große Tür. Das Licht spinnt manchmal, ne? Kann ich hier auf dem See laufen? Ja. Cool. Nein. Hier auch nicht. Hier oben vielleicht. Äh. Hier. Ne, da kommen wir her. Wo muss ich denn lang? Und Polarlichter. Ja, das ist schon schick. Ne, irgendwo. Kommen wir hier noch lang? Hm. Hm. Hm, hm. Ja, wie kommen wir denn hier weiter? Verdammt. Äh. Warum kann ich aufs Eis gehen und da sind leuchtende Kristalle, wenn ich da nicht hin muss? Ganz ehrlich? Äh. Das sehe ich nicht ganz ein hier. Hm. Oh, ich hau das Spiel gleich. Tja. Müssen wir... Oder hier am Rand lang? Nee. Vielleicht hier irgendwie drauf? Die gutste. Die kommt hier schon wieder nirgendwo hin. Was nützt mir denn das Tor, wenn ich hier nichts finde? Oh. Nichts. Das hier wird doch wieder unten ins Dorf rein, oder? Äh. Nee. Nicht unbedingt. Hm. Äh. Wo führt das hin? Äh. Ja, sehr witzig, dass das hier alles genau passt, ne? Wie so ein Labyrinth aufgebaut. Unglaublich. Äh. Fight Club. War das nicht die erste Regel, das Fight Club ist? Wir sprechen nicht über den Fight Club. Hm. Aber bitte nicht wieder irgendwelche Hexen, die mich hier verfolgen. Du... Ihr könnt mir hier alles auf den Hals setzen, aber keine Hexen. Cool. Ein brennender Wolf. Das ist ja geil. Ist das Fenrir? Ist cool. Ja, den würde ich ja auch gerne mal treffen. Den Fenrir. Und der brennt auch noch. Also auch noch eine gute Heizung, der Wolf. Äh. Düst mal hier über die Brücke, Mädel. Mensch, die hat heute aber auch Kilometer, ne? Gelaufen. Geile Stimme. Geile Stimme. Also ich mag diese, so diese leicht verzerrten, bassigen Stimmen. Ich fand das auch mega geil, als ich Hobbit 2 im Kino gesehen habe und der Drache dann da gesprochen hat und erstmal der ganze Kinosaal, der ganzen Sitze da quasi vibriert haben. Fand ich auch mega geil. Ich mag solche Stimmen. Gut. Ich weiß nicht, also gruselig finde ich das nicht. Bisschen bedrohlich, ja, aber vor allem richtig geil. Also, ich finde das cool. Also damit catchen sie mich nicht, damit machen sie mir keine Angst. Was nicht heißt, dass es nicht gefährlich sein kann, die Viecher hier zu treffen, aber zumindest habe ich keine Angst. Geister finde ich tausendmal schlimmer. Geister und komische Viecher. Die Sprache ist auch cool. Äh, ich bin mir ja nicht so sicher, ob Leute, die gefressen werden, das grundsätzlich genießen, wenn man bei den Beinen anfängt. Hust. Licht. Ah, ich verstehe. Die Morgensonne bekommt den nicht, deswegen muss das auch bis morgens getan werden. Äh, eine Fackel. Oh, hallo. Der kann aber echt mal wieder das zu fressen vertragen. So dünn wie der ist. Äh. Ah, das sind die, das ist nicht Fenrir. Keiner von den beiden ist Fenrir. Das sind die Brüder, die eingeschlossen wurden hier, ne? Vielleicht die Wölfe Odins. Ne? Weil Odin hat ja zwei Raben. Und zwei Wölfe. Die Raben. Und ich sehe dich. Ähm. Gedanke und Erinnerung. Süß. Er wälzt sich. Gedanke und Erinnerung sind die Raben, die Odin begleiten und durch die er die Welt sehen kann. Hübsches Tier. Ähm. Warte mal, er hat doch gerade gespeichert hier an der Ecke. Ich kann mal gucken, was er macht. Hallo. Ich glaube nicht, dass er sich streichen lässt, oder? Ah. Er mag die Taschenlampe nicht. Ich finde die, ich finde, äh, ich finde die, die, die Stimme so geil, ne? Und dann diese Sprache. So, 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 so. Hat was Deutsches? Hat was Englisches? Es muss wohl irgendein nordisches Gedöns sein. Verrückt. Und mit E mache ich Fusch, Fusch. Okay. Fusch, Fusch. Fusch, Fusch. Und die Frau keucht wieder. Huf, huf, huf. Hä, die Fackel endlos? Äh. La, la, la. Ist immer noch tiefste Nacht, ne? Wollen wir mal weiter düsen. Äh. Oha. Ah ja. Einer fürchtet das Mondlicht und einer fürchtet das Sonnenlicht, oder wie? Portal gab. Also. Ein Spalt. Oh. Die Frau, die schreit. Äh. Ein bisschen inkooperativ, der Gutste. Also ich glaube, man kann nicht beide mit der Fackel, äh, vertreiben. Offenbar. Aber hübsch sind die Tierchen. Ja, was denn nun? Manchmal lassen sie sich vertreiben, manchmal nicht. Äh. Aber Angst habe ich vor den Viechern nicht, also. Das nicht. Es sind nämlich keine bösen Geister. Es sind nur riesige Wölfe. Äh. Ich riebe meine Bruder. Ich kenne mich nicht, mein son. Bitte. Ich möchte nur beentwickeln meinen Sonnen. Ich kann höre dich sprechen. Ich entsprechend trefferle. Komm her, Bruder. Ich kenne mich mit einem Blut. Bitte. Ich kenne mich nicht. Ich kenne mich über dich. Pfff. Einnahme verjagt. Verstehe. Einer mag kaltes Licht nicht, einer mag warmes Licht nicht. Das sind ziemlich sadistische Wölfe. Also, ich finde die ja schon irgendwo cool, die beiden, ne? Auf eine ziemlich gruselige Art und Weise sind das schon coole Tierchen, aber... Erschreck mich doch nicht so, du Vieh. Ah, ich hab keine Angst vor denen. Nö, ist klar. Boah, damit hab ich jetzt nicht gerechnet, Alter. Ich dachte schon, sag mal, wo ist denn der andere? Ich dachte, die ganze Zeit, äh, was, äh, hä, hä? Ja, wo war er denn? Hm. Hehe. Let me in Ruh! Natürlich bin ich voller Blut, ich bin Lebewesen, ja, Oimmel. Nein, 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 nein! Schwenken! Ach, Alter. Was soll ich denn überhaupt machen? Ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Ich diskutiere mit irgendwelchen komischen Wölfen und, 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 weiß ich nicht. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich da hin soll, die Halle ist groß und soll ich da durch? Ich, da ist ein Balkon, der hat... So, jetzt hab ich's erstmal abgelenkt für einen Moment. Ja, bitte tötet mich nicht, das wird helfen. Pff, mit dem kann man auch super reden. Hallo? Äh. Äh. Pff. Pff. Aha. Ihr lasst mich doch erstmal den Eumel stellen! Also, die Sprache ist richtig geil, finde ich. Also, mit dieser bassigen, verzerrten Stimme. Nein! Nein! Halt auf, mich zu erschrecken. Habe ich nicht verdient. Ich sehe deine Augen. Wo ist dein Bruder? Wir können mich mal kreuzweise, ihr Viecher. Das ist ja gemein. So, jetzt, jetzt. Also, diese Viecher sind gemein. Die lassen mich ja gar nicht zur Ruhe kommen. Hört auf, mich zu jagen. Ich habe euch nichts getan. Ich habe eine Karte. Ich bin ein Freund von dir. Und ich bitte jetzt. Ich bitte etwas länger. Du bästern. Ich kann dir helfen. Ich bitte, ich bitte. Bitte. Oof. Ich habe eine Karte. Ob ich die freilassen sollte? Oh Gott, ich kann dich aus der Ravine, wenn du mich verletzt hast. Du wirst wissen, was das bedeutet für die Isle? Du kennst unsere Reputation. Ich weiß nicht so, was diese Isle. Ich möchte nur meinen Sonnen finden. Sehr gut. Wir haben ein Agreement. Die Schlüssel öffnet die Tür hinter dir. Geh und öffn ihn. Wir bleiben hier. Dann kannst du weg. Ich hab doch überhaupt keine Wahl. Ja. Das meine ich. Ja, ihr habt ja recht. Ich bin nicht klein. Ich bin nicht klein. Nicht an mir! Hey! Nein! Ich muss das ja wissen können, ne? Wo werde ich denn jetzt wiederbelebt? Bitte nicht das Ganze noch machen vorne. Bitte nicht. Oh, gut! Oh, ich dachte... Also muss ich mir das Ganze hier wieder anhören. Ich hab da verdient! Husch! Ab da! So! Mein Gott! Ich kann doch nicht so schnell beide abwehren. Mann! Ihr habt das doch gesehen! Ah! Toll! Pfff! 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 Pff... Pfff! Pfff! Ich könnte die Tür doch einfach wieder zumachen, oder? Wir sind noch nicht im Gang. Ich bin die Viecher los. Was? Hä? Ich habe es doch gerade geschafft. Ja. Ich may leave. Aber immerhin, sie warten tatsächlich, bis ich aufgeschlossen habe. Vorher fressen sie einen. Hör, das ist schon mal lieb. Oder hier lang? Ah! Da! Ich muss hier abhauen. Hell kriecht mich nicht. Boah, it's a bargain. Hui. Ah. Boah, jetzt fühle ich mich wenigstens sicher. Jetzt sind wir nämlich durch mit allem. Hoffe ich. Hm. Wo bin ich denn jetzt? Hier komme ich nicht rein. Mein Gott. Mein armes altes Herz, wisst ihr? Oh. Hier müssen wir gar nicht lang, ne? Oder doch? Na, komm mal her. Hier kommen wir nicht rein, oder? Nee, der Schlüssel passt offenbar nicht überall. Pfff. Hm. Ich kann es mir nicht erzählen, dass ich hier runterspringen soll. Oh. Ja, ist klar. Das geht auf einmal. Ist klar. Warum nicht? Oh, das ist ein bisschen tief. Aber da kannst du mir erzählen, was du willst. Aber da kommt die nicht lebend runter. Äh, das geht nicht. Mhm. Äh, Geschichte. Erschrecklich die Sache mit Bjorns Tochter. Aber tapfer hat sie Erik übergeben. Und wir waren alle stolz auf ihn. Habt gesehen, wie er in den Sumpf gestartet hat. Aber vorher hätte noch einmal dort hinzugeben. Und das Licht von Eriks Fackel gesetzt haben wir morgen im Dämmerlicht von Varkfjell zurückgekehrt. Ist sicher für eine Anzahl weiterer Jahre in Gedanken sind wir bei ihm und Björn. Äh. Äh. Hier kommen wir nicht rein. Hier kommen wir aber runter. Mein Gott. Also, die EU würde hier kein Sicherheitssiegel geben. Wie, Darby. Was ist denn das denn für? Dass sie sich durch Licht verjagen? Nö, ne? Was ist das? Kann ich mich töten lassen? Ich will wissen, was ich dann für einen Erfolg kriege. Sind die langsam. I didn't see that people. Zombies, geil. Beziehungsweise, wie heißen die Zombies nochmal in der nordischen Mythologie? Draugr. Heißen die da. Uff. Na, die sind wenigstens schön langsam, die Draugr. Wie soll ich denn an denen vorbeikommen, wenn hier so viele sind? Ruhe. Ruhe. Viehzeug. Bitte keine Sumpfmonster. Ob das eine gute Idee war, dass ich die Wolfsbrüder hier losgelassen habe? Was sind das hier für Geräusche? Warum sind hier so viele Tote? Ich meine, es wäre ja nicht schlimm, wenn sie tot bleiben würden. Aber die stehen hier ja wieder auf. Das finde ich nicht schön. Geh mal weiter da hinten. Damit ich an dir vorbeikann. Was ist das denn hier für ein Hammer? Das sieht ja aus wie Mölln hier. Geh weiter. Du knuste Arsch, du. Ah, da hinten muss ich hoch. Ich muss da hoch. Geh weg. Die gehen, glaube ich, feste Pfade lang, ne? So ein bisschen. Solange ich denen auf diesen Pfaden nicht entgegenkomme, dürfte das okay sein. Hä? Grimdug. Ich weiß nicht, ob mich das beruhigen soll. Was ist das denn? Der Eingang zu Hel, oder was? Ganz toll. Was ist das denn? Ist das ein Wolf? Wer bist du? Hallo? Du bist ja ein Hund als ein Wolf, ne? Also doch, Hel. Wie? So viel Bandagen finde ich gar nicht, um das Viech hier zu verbinden. Ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann. Und meine Schmerzen. Und meine Schmerzen. Und meine Schmerzen. Du willst mich, dich zu töten? Ich kann das nicht tun. Also das Tierchen hier ist ja irgendwie mal lieb. Ach so, Pfote im Weg. Ich kann das ja verstehen. Ich meine, der sieht schon ziemlich tot aus, ne? Also, wie kann ich denn das machen? Äh. Also, ich würde ihm ja gerne helfen, aber... Oder hier? Oder muss ich von der anderen Seite da hin? Hm. Von hier? Ja, das sieht gut aus. Alter, was ein Hammer. Hier? Benutzen. Äh. Good Dog. Mhm. Garm. Ja. Also, groß und irgendwo auch gruselig ein bisschen, aber... Ja, armes Tierchen. Äh. Ich glaube nicht, dass er jetzt noch leidet. Puh. Komme ich denn eigentlich da an die Hüllentore ran? Wenn ich schon mal hier bin? Kann ich mal gucken, ob die Tür auf ist nach Helheim. Nicht, dass ich da gerne mal... Ne, geht nicht. Hätte mich jetzt auch ein bisschen gewundert. Oh. Die Seelen klopfen. Sie würden gerne wieder raus. Ja. Schade, dass ich die Tür nicht aufmachen kann. Hust. Hust. Wow. Also, das Spiel entwickelt sich doch noch anders, als ich gedacht habe. Ein bisschen. Muss ich ja gestehen. Ich habe garantiert nicht alles gefunden. Ne? Weil wir ja auch öfter mal... ...zu früh wo abgegangen sind. Ich hoffe, das ist der Wind. Der Wind, das himmlische Kind. Nö, ich bin's. Natürlich ist das die Hexe. Wo ist er? Oh. Mom, I want it. Listen to your mother now, Espen. Espen, you're not having it. Let's go. I want it, Mom. Ich will aber. Come here. Mom, oh, Mom. Jesus, what did you do? Espen, I'm so sorry. I'm sorry, Espen. Sie hat also ihr Kind geschlagen. Ja, du bist eine tolle Mutter. Ganz grandios. Hast dich voll unter Kontrolle. Willst du ihnen erzählen, was passiert? Nein. Für Gott's sake. Wenn wir ihnen erzählen, was ich getan habe, ich werde verlieren. Sie werden weggezogen. Es ist die richtige Sache zu tun. Bitte, bitte, nicht sagen Sie nichts. Es war ein accident. Ich habe es nicht gesagt. Ich weiß. Ich weiß. Es fühlt sich einfach falsch. Ja. Aber wir werden es durch. Wir werden es durch. Wir werden es durch. Okay? Ich liebe dich. Bitte, stop. Stopp. Please. I didn't mean it. Don't show me anymore. Wanna what? A divorce, goddammit. I want a divorce. Here it is at last. I'm... You're welcome, someone. But I'm taking Espen. You're not taking my son. Well, I'm not leaving him with you. You broke his arm, for Christ's sake. When will you stop holding that over my head? Alter, der Arm sogar direkt gebrochen. Mein Gott. It was an accident. An accident. You've looked at me every day since. Like I'm some kind of monster. I'm telling you now. If you want a divorce, Espen is coming with me. You're a bitch. Please stop it. I'm quick. I give up. Just don't show me anymore. Das ist ein bisschen die persönliche Hölle, die sie hier gerade... Was haben sie geglaubt, der Vater hat das getan? Eine einstweilige Verfügung? Is Eric vielleicht der Stief... Äh, also, nee, der Vater? Und sie bildet sich das alles ein? Und ist das alles nur so ihre Fantasie, um das zu verarbeiten? You should sit down. There's no easy way to say this, so I'll just say it. Your husband was found dead in his apartment this year. Oh, God. Oh, no. Hat er sich umgebracht? Das waren sie von Anfang an. Sorry. I'm so sorry. I wish I could take it back. It's the worst thing I've ever done. You loved him. I did. I love my family, too. I would have done anything to keep him close. I just had no idea his father would... That he... That he made one terrible mistake and I ruined everything. I'll never forgive myself. Are you happy now, you bitch? Äh. Wo ist denn die Bitch? Hat sie sich wieder eingefangen? Okay, also... Jetzt ist sie weg. Die Bitch. Das ist nicht unbedingt die Nacht... Also die schönste Nacht, an die sich die Gute hier erinnern wird, ne? Ich geh mal hier in Richtung Höhle. Der Rest ist mir so ein bisschen zu dicht bewachsen. Oh, ist richtig. Heart Depression. Ja, das ist irgendwo auch eine Geschichte über Psyche, das Ganze, ne? Also ich meine, ich fände es natürlich wahrscheinlicher, dass man irgendwelche Sagengestalten, die einen packen wollen, in Wäldern erlebt. Ja, das wäre jetzt die wahrscheinlichere Story gewesen. Aber von mir aus ist es auch was Psychisches. Aber das mit den Sagengestalten hätte ich jetzt sinnvoller gefunden. Oh, die Sonne geht langsam auf. Wir sollten uns echt beeilen. Wir sollten uns beeilen. Und ich, äh... Bin gespannt, wie es endet. Die Musik wird schwerer. Was ist das hier? Oh. Was sind denn das hier für Kristalle? Überall. Das ist schon geil, ne? Also ich muss schon sagen, das Spiel hat mich positiv überrascht. Das hätte ich alles nicht mehr gedacht hier. Also was hier noch alles aufgefahren wird. Ich hab gedacht, das ist vielleicht so ein Viech, was einen ein bisschen verfolgt. Und dann war's das. That's the game. Hm. Das Knurren erstarb und es herrschte Frieden. Der Krieg war vorüber. Erik sank auf die Knie, beklagte das Opfer seines Jungen. Doch die Leute... Doch den Leute dämmerte endlich die Wahrheit. Sie würden ihre Kinder hergeben müssen. Alle fünf Jahre eines von ihnen. Wenn sie überleben wollen. So endete Eriks Geschichte. Alle fünf Jahre also ein Kind opfern. Und als sie dann Zugang zu Midgard gefunden haben und zur Welt, ne? Zu unserer Welt. Wurden die Opfergaben häufiger. Weil die Verfügbarkeit stärker gegeben war. Hm. Die Sonne geht auf. Ist das jetzt gut oder schlecht? Weil bis zum Sonnenaufgang soll doch das Kind geopfert sein. Dann kommen wir doch zu spät, oder nicht? Mein Gott, was ein Labyrinth. Warum klingt dieses Donnergerollen, was sich für ein Gewitter hielt, warum klingt das ein bisschen lebendig? Das klang, als wäre da ein Knurren mit verbunden. Bin mir nicht sicher, ob mich das beruhigen soll. Aber die Sonne geht auf. Also von daher dürfte doch jetzt der meiste Spuk vorbei sein, oder? Was ist denn das da hinten für ein Brustkorb? Ein Riese? Der Brustkorb sieht menschlich aus. Mein Gott. Wie weitläufig. Uthem. Uthem steht hier vielleicht für Utgard. Das ist die Festung der Eisriesen. Muspelheim waren doch die Feuerriesen. Svadalfsheim, das ist da, wo die Schwarzalben leben. Utgard war ja die Hauptstadt der Eisriesen. Aber wo waren die nochmal? Wie hieß das nochmal, das Bereich, die Welt von denen? Oh mein Gott, der Wolf ist echt. Wo, was? Der Wolf ist echt? Wo ist er denn? Ich sehe keinen. Vielleicht bin ich hier auch doof. Ich meine, wir hatten schon das Vergnügen mit so ein paar Wolfsbrüdern und mit Garam. Von daher würde es mich jetzt nicht wundern, wenn sie hier den Fenrir auch noch irgendwo hätten. Was ist denn das für ein Schiff? Die macht auch was durch hier. Die rennt hier rum. Unglaublich. Schön, ne? Wie sinnvoll, dass ihr alles gefallen ist. Dass man hier so wunderbar überall hinkommt. Toll. Finde ich gut. Oder müssen wir hier lang? Offenbar nicht. Oh, Menno. Wo muss ich denn lang? Also das ist ja schon mal klar, dass wir hier lang müssen, ne? Wie war das denn nochmal? Wie hieß denn nochmal die Welt der Eisriesen? Ich weiß das gar nicht mehr aus dem Kopf jetzt gerade. Hm. Google ich garantiert nach, wenn wir hier durch sind. Ja, wie komme ich denn von hier aus weiter? Wo soll ich denn hin? Was soll ich denn tun? Hier lang? Fräulein. Bleib mal da drauf. Äh, was war das denn hier? I'm sliding, sliding, sliding. I'm dancing, dancing. Bleib mal hier drauf. Und geh mal hier, genau, geh mal hier normal drauf lang. Hör auf zu sliden. Wir schaffen das. Sagt Angela Merkel. Da muss das stimmen. Ach so. Äh. Warte. Da bin ich hergekommen. Ich bin so klug. Ich bin klug. Ich bin klug. Bin klug. Bin klug. Bin klug. Hier vielleicht? Ach, Mädel. Da kommen wir nicht lang. Was soll ich denn machen, verdammt? Wo soll ich denn noch wissen, was ich hier machen soll? Vielleicht soll ich ja gar nicht klettern. Vielleicht. Nee, komm ich hier her? Oder muss ich da hin? Oder? Muss ich da reinfallen, damit ich hier wieder rauskomme? Vielleicht. Leck mich doch am Arsch. Wie jetzt? Bitteschön. Das ist der Wolf. Der Berg ist der Wolf? Oder wie? Das kannst du mir wohl nicht erzählen. Das wäre ja maximal übertrieben. Sah auf den ersten Blick aber aus wie Kiefer da oben, ne? Mal gucken. Ich meine, Fenrir ist ja schon Viech, was... Wie war das? Die Welt verschlingt oder so? Das muss ja schon groß sein, ne? Oha. Oha. Ist hier noch irgendwas? Ja, die Mutter ist auch schon so ein bisschen... Meine Fresse, was ein Viech. Espen, ich liebe dich. Und ich bin sehr traurig, aber ich will nicht, dass du das tun hast. Bitte. Bitte. Ich brauche dich. Äh, was? Alle drei? Wie bitte? Nächster Level jetzt im Bauch von Fenrir, oder was? Was? Alle drei sind jetzt futsch? Das wäre ein sehr schnelles Ende. Ah. Huch. Hä? Wie jetzt? Wie, 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 wie bitte? Der zittert jetzt gleich bestimmt wieder wie Espenlaub. Warum denn verlassen? Er ist doch gerade da. Oh, Espen retten. Wie war das im Takt von Ha, 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 Stayin' Alive, Stayin' Alive, Hu, 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 Stayin' Alive. Das war... Ich glaube, das war der richtige Takt, in dem man Herzrhythmus-Gedöns da machen soll. Das sieht jetzt schon so ein bisschen aus wie so ein Zombie, ne? Äh, ich glaube, das Schlagen bringt jetzt wenig, Madame. Äh. Ich... Oh. Akzeptieren können wir. Wie ist der mal nochmal drauf hämmert? Und dieser komische Typ da. Also hat sie jetzt als einzig überlebt, aber... Wie, wie, warum, hä? Wo sind die denn nun reingefallen? Ist die da jetzt den ganzen Weg hoch und dann sind die da irgendwie wieder rund an der See oder... Ich weiß nicht, ich verstehe es nicht ganz. Verstehe ich nicht. Was denn? Ich dachte, jetzt passiert was, weil sie da so eben komisch hochguckte. Aber ich fürchte, man kann gar nichts anderes als akzeptieren, hä? Weil der sieht ja nun schon echt sehr tot aus, der Typ. Der Espen. Also was dieses hin und wieder draufschlagen noch bringen soll, weiß ich zwar nicht, aber... Das wird wohl nichts mehr. Ne. Der kann versuchen, wie ich will. Na dann. Da rauf erst mal ein Snickers, ne? Ich liebe dich. Ich liebe dich, kleiner Mann. Goodbye. See you. Ja und sind die Wölfe befreit. Aber es kommt mit einem Preis. Hm. Ich konnte nicht meine Briefe, und ich konnte nicht Uspen saveen, aber er savet uns. Er protecte all of us, für eine Zeit. Er war ein Kind. Er war ein Kind. Er war ein Kind. Er war ein Kind. Ich weiß nicht, wo er wandert, oder wo er ist, wo er allein ist. Aber wo er ist, ich bin so stolz von ihm. Ich liebte ihn so viel, ich achte. Ich liebe ihn noch immer. Das war mein Lieblingsbeschern. Mein bester Freund. Und ich verloren ihn. Wir haben uns verletzt. Und ich weiß nicht, ob ich mich selbst entschuldigen kann. Aber jetzt kann ich mich entschuldigen. Ich werde nicht sagen, dass ich eine gute Mutter war. Aber ich habe einen guten Sohn gegründet. Jetzt muss ich alles, was ich tun muss, ist sicher, dass sein Gebet etwas bedeutet. Ich verstehe. Job accepted. Through the woods and back again. Ich verstehe. Dann hat der Eric wahrscheinlich auch mal sein Kind verloren. Und weiß deswegen, worum es da geht. Und damit das Opfer nicht umsonst war, ist sie jetzt denn die nächste Eric quasi. Und muss alle fünf Jahre ein Kind opfern, damit die Welt nicht gern Ragnarok geht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Weißt du, so ein weltenverschlingender Wolf beginnt den Weltuntergang aus dem Grund nicht, dass ihm alle fünf Jahre ein Kindchen in den Schlund geworfen wird. Ich weiß ja nicht. The rest of the amazing Gang. Das sind aber echt viele. Das sind wahrscheinlich jetzt die ganzen Bäcker hier. Alle die Kohle gegeben haben, damit das Projekt hier realisiert werden konnte. Hatte ich schon eine ganze Weile auf dem Schirm, das Projekt. Und ich muss sagen, es war mehr spannend als gruselig. Also es war wirklich höchstens mal, dass ich mich mal erschrocken habe, weil mich irgendwas angesprungen hat oder so. Aber im Endeffekt war es eher spannender als gruselig. Und halt einmal quer durch die nordische Mythologie motiviert mich nochmal wieder Runen zu lernen. Man kommt ja eh schon zu nix. Also von daher kann man dann auch nochmal was machen. Nochmal einen oben draufsetzen. Und Runen lernen. Ne, das fand ich echt cool, muss ich sagen. Das Spiel. Das fand ich cool. Das ist ein schöner erster Horrorabend. Der ist noch nicht ganz so übertrieben gewesen. Ja, ich weiß. Ich wollte eigentlich mit Costume Quest anfangen. Aber Costume Quest ist ja eigentlich nicht wirklich gruselig. Sondern eher Halloweenig. Ne. Halloween ist am Sonntag den 3... Ne. Am 31. Ne. Mittwoch ist das. Äh. Noch ein bisschen hin. Aber vielleicht können wir ja irgendwie... Weiß ich nicht. Hm. Nicht jeden Freitag möchte ich ja jetzt wieder pünktlich Horror liefern. Und ganz ehrlich. Äh. Äh. An Halloween können wir dann ja vielleicht tatsächlich Costume Quest spielen. Also das war... Ne. Zusätzlich. Weil es ein Feiertag ist. Weil es was besonderes ist. Dass wir da dann Costume Quest spielen. Könnte man ja tun. Oder? Könnte man ja. Wäre ich für. Sag mal. Ruckelt das heute hin und wieder so ein bisschen die Aufnahme oder bilde ich mir das ein? Ich hoffe ich bilde es mir nur ein. Und das ist alles supi. Weil er schwankt immer so zwischen 27 und 30 FPS in der Aufnahme. Das ist ja an sich noch alles flüssig. Alles im grünen Bereich. Aber ich will nicht dass es hier dauernd ruppelt und zuppelt. Weil bei mir hier links wo ich zocke ist alles flüssig. Aber auf dem rechten Bildschirm sehe ich das jetzt nicht ganz so mega flüssig. Müsste ich mal gucken. Beziehungsweise jetzt ist eh zu spät. Also falls die Aufnahme ruppelig und zuppelig war. Muss ich mich aber ganz grob entschuldigen. Ähm. Wenn nicht, äh. Nevermind. Mal gucken. Werde ich mal überprüfen. Ob ich da irgendwas updaten muss oder so. Fürchterlich diese ganzen Updates. Äh. Through the Woods. Ja cooler als ich dachte. Am Anfang habe ich das Spiel gar nicht richtig ernst genommen. Ne. So. Die komische Waldhütte da mit dem Kiddie angucken. Am Tage. Und alles. Und die Grafik war am Anfang auch eher. Schon schick. Aber irgendwo. Hm. Ja niedlich. Ah ja. Sammlung. Notizen. Gegenstände. Andere Geschichten. Eskaladen Prinzessin. Hier haben wir. Von irgendwas haben wir hier noch gar nichts gefunden. Notizen. Da fehlt eine Sache. Wahrscheinlich im Haus irgendwie noch eine Sache nicht gefunden. Geschichten der Dorfbewohner haben wir die meisten. Gefunden. Und der Hirt. Die Ware gegeben acht. Haben wir auch eine Sache nur nicht. Eriks Geschichte haben wir echt wenig gefunden. Eriks Tagebuch haben wir komplett gefunden. Aber wir haben doch das meiste irgendwie noch mitgekriegt. Bei manchen Sachen wie gesagt. Ich kann es ja nicht riechen ob es da jetzt weiter geht. Ne. Ob da das Level weiter geht. Oder ob. Ne. Hm. Müsste man halt nochmal durchspielen. Aber ob man beim zweiten Mal sich dann genau nochmal dran halten kann. Dass man weiß. Ah da geht es aber weiter. Da darf ich jetzt noch nicht. Und so. Weiß ich ja nicht. Ob das so funktioniert. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Zurück. Eskape. Kapitel. Die Hütte. Espen. Ah ja. Die Hütte und Espen. Ah. Und da kann man dann auch selber nochmal suchen. Sehr schön. Nasse Ankunft. Mürkstad. Fundbüro. Ah ja. Kapitel 2. Tusseland. Erste Begegnung. Thursvik. Bergauf. Forsborg. Huldrwey. Warnung vor der Huldra. In ihren Wald. Raidwind. Raidwind. Kämpfende Trolle. Fast da. Erikshütte. Wieder fort. Hütte 3. Schlucht. Riecht wie Mensch. Portalgab. Kämpfe dafür. Widersby. Widersby. Der Sumpf. Hellstor. Visionen. Udheim. Widers. Ruhestätte. Endzeit. Mutigster Held. Gut. Also man könnte jederzeit überall nochmal einsteigen um was zu suchen. Dann motiviert mich das ja tatsächlich das Spiel noch installiert zu lassen. Auch wenn die Festplatte ewig voll ist. Hm. Naja. Ansonsten habe ich auch jetzt im Oktober noch gar nicht großartig Spiele ausprobiert. Das muss ich gestehen. Sondern meistens. Ich habe 70, 75, 80 Stunden Elder Scrolls gespielt. Bis jetzt gerade. Also die letzten zwei Wochen. Ansonsten habe ich wenig gespielt. Ich habe jetzt vor Shadow Warrior zweimal anzufangen. Weil das Spiel gerade umsonst war. Zum 10. Jubiläum von GOG. Von Good Old Games. Äh. Außerdem das war Divinity mal weiterspielen. Äh. Ansonsten. Kam hier noch nicht groß zum Anprobieren von Spielen. Aber wir kommen ja jetzt jeden Freitag zum Anprobieren von Horror Titeln. Wobei das hier eher ein Gruseltitel war wie ich finde. Als ein Horror. Also das fand ich cool. Fand ich unterhaltsam. Doch doch. Freut mich. Gut. Ähm. Dann gucken wir mal was man nächste Woche so erwischen. Vielleicht ja ein bisschen was Gruseligeres. Aber ich will es eigentlich gar nicht hoffen. Na dann. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe es hat auch Spaß gemacht irgendwie. Und bis dahin sage ich mal. Ähm. Tülülülül.